So, Glück auf liebe Leute, willkommen heute zum politischen Aschermittwoch aus Ronneburg. Und hinter der Kamera gleich zu sehen sind der gute Wolfgang Schmiede aus Wöhnitz und der gute Macht Schreiber im Kostüm. Einmal Volkspolizist, einmal Pierre Vogel. Christian Klar kommt jetzt auch noch hier im Hintergrund. Ich habe mich jetzt schon entschieden, bevor die Reden losgehen, live zu gehen. Denn es wird wohl eben mal zum Gegenprotest rübergegangen. Und ja, das Ganze schauen wir uns dementsprechend mit an. Dann gebe ich dir das Mikro, würde ich sagen. Doch, der gleiche wieder. Sehr gut. Hallo, Jan. Noch nicht? Sehr gut. Und der Klarer. I'm working. Später? 45 Minuten. Das ist ein Surprised. Wir müssen da mal noch einen Schlag machen, ne? Ja, wir geben das mal schnell her. Zu den Freunden hervor. Und dann gehst du mit. Das sind alles Bewunderer. Das sind alles Bewunderer. Das sind alles Bewunderer. Das sind alles Bewunderer. Das ist ja mittlerweile ab 89, diese ganze Scheiße. Bist du lieber? Ja, ich bin hier mal. Ja. 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 Warte ich noch kurz. Ja. Ja. Ich würde die Herrschaften von der Polizei bitten, der Versammlungsleiter muss ja hier für die Sicherheit garantieren. Die ist hier gerade eben nicht mehr gegeben. Wieso? Wer macht denn hier Stress? Wer macht denn hier Ärger? Wir können nicht für ihre Sicherheit garantieren, wenn sie sich hier aufhalten. So steht es im Versammlungsgesetz. Ich würde die Herrschaften von der Polizei bitten, dass sie die Herren... Dann gehen wir ein Stück rüber. Genau. Ich werde Ihre Versammlungsleiter bestimmt ein bisschen hingehen und dann warten wir hier. Ich würde gerne einfach den Versammlungsleiter mal kurz sprechen. Nee. Dann kommen Sie einfach noch ein Stück mit rüber und wir gucken, ob wir ihn reinkriegen. Das wäre schön. Ja, ihr seht, die erste Drohung kam schon. Man kann hier nicht für die Sicherheit der Menschen gewährleisten, die den Dialog führen wollen mit den Menschen, die heute gegen die Veranstaltung in der Halle sind. Da sieht man, was für ein Potenzial heute hier steht. Also gut, wir kennen aus Dresden Schlimmeres. Und wir lassen uns dann natürlich aber nicht einschüchtern. Wir sind hier. Wir würden gern mit den Menschen sprechen. Ah, guck mal, jetzt der Herr im Lilanhemd. Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Gerade war er noch ganz freundlich. Aber jetzt tut er pöbeln und fremde Mütter beleidigen. Naja, wir gucken mal. Vielleicht kommt der Versammlungsleiter noch. Aber ich bin gespannt. Ich bin ja immer zum Dialog bereit für die Leute, die mich nicht kennen. Pierre Vogel oder auch Max Schreiber, der Rechtsextremist aus Heidenau, ist heute hier. Und würde gern mit ein paar Leuten ins Gespräch kommen, um zu fragen, warum ihr hier seid. Warum seid ihr heute hier? Wer fickt dich, kam der gerade, hast du gehört? Aber gut, das sind die Argumente, die sie haben. Dort hat man auch schon seine Kampfhandschuhe angezogen. Aber wie gesagt, wir kennen das. Das war's für solche Leute. Den darfst du mal keine Plattform bieten. Das darfst du nicht gehen. Ich bin übrigens nicht von der AfD. Ich bin von den Freien Sachsen. Ohne Rechtsextremisten wäre das kein Problem. Ohne Rechtsextremisten wäre das kein Problem. Ja, aber was ist denn ein Rechtsextremist? Jemand der anderen Leute. Das ist ein Land, wo sie eigentlich schon ein bisschen mit dazugehören. Und was ist ein Faschist? Ein Faschist ist jemand, der Leute auf die Hand haben möchte und das wahrscheinlich nicht auf angenehmen Wegen hat. Ich unterhalte mich gerade mit der jungen Frau. Aber ein Faschist, der grenzt auch andere Leute aus. Ein Faschist, der tut ja auch andere Menschen ausgrenzen. Das macht ja gerade, die Demonstrationen gegen rechts machen das doch auch. Faschisten hatten wir doch schon mal. Das sind so Faschisten. Solche möchte ich persönlich nicht wiederhaben. Ja, aber darauf läuft's ja gerade hinaus. Darauf läuft's ja gerade hinaus. Das will ich nicht. Darauf läuft's ja gerade hinaus. Ja. Geben Sie sich bitte auf die andere Seite der Straße. Sehen Sie vorne auf der Eingel stehen, bevor es hier ist. Ja. Okay. Gut, machen wir so. Da hört man, das sind die Argumente. Das sind die Argumente, die die Gegenseite hat. Nicht mal mit Pierre Vogel will man heute hier reden. Das ist nun mal so. Schade, aber das muss man akzeptieren. Genau, das ist schade, aber das muss man akzeptieren in einer Demokratie, dass es auch Menschen gibt, die eben nicht in Dialog führen wollen. Und dazu gehören diese Typen dort drüben. Und ja, ihre Argumente, man kann sie hören. Wie kannst du dir das vorstellen, Christian, klar wurde dir aufgehalten. Du konntest erst einmal rüber gehen. Naja, man kennt mich in Thüringen noch nicht so. Und ich bin ja heute auch sehr, sehr gut verkleidet. Und man hat vielleicht gehofft, dass ich erstmal die Religion des Friedens drüben verbreiten will. Dazu bin ich natürlich heute nicht hier. Wir haben ein kleines Programm vorbereitet. Das wird dann zusammen mit dem Christian auf der Bühne aufgeführt. Und genau deswegen sind wir heute hier. Und einfach auch mal, um ein bisschen den Ernst aus dem Protestleben herauszunehmen, einfach auch mal einen Tag Spaß zu haben. Und eben entsprechend auch mal Fasching zu feiern. Danke dir. Auch und den Nächsten vielleicht auch noch. Ich schließe Ihnen mal das Mikrofon. Jetzt haben wir hier einen Volkspolizisten. Vielleicht eine kleine Geschichtsstunde für diejenigen, die Sie nicht kennen. Ihre Funktion. Also den hier drüben, also hinter mir. Den wünsche ich mal 88, 87 oder noch eher immer ein Jahr in der DDR und mal anderthalbes Jahr Grundwehrdienst, damit die mal es lesen und es schreiben lernen und vernünftig arbeiten. Weil das sind ja meistens Analphabeten, die hier drüben sind. Blögende, dumme Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben vom normalen Leben. Danke. Ja, Wolfgang Schmiede, der heute als ABV verkleidet ist. Einfach gigantische Kostüme. Einfach gigantische Kostüme. Und da müssen wir zu Hause gewählt haben. So, hier haben wir auch noch ein paar Botschaften gegen Hass. Denkmal der Schande. Denkmal der Schande. Denkmal der Schande. Vielen Dank. Ich wollte drüben auch einen Dialog führen, das war ganz freundlich. Das werde ich überwachen. Genau, wir haben hier auch ganz schön viele Polizeifahrzeuge. Also wie gesagt, hier ist ein Gegenprotest zum politischen Aschermittwoch. Das ist deine Frau. Sie steht neben sie und du siehst das nicht. Entschuldigung, der ABV, der hat schon ein bisschen mehr zu tun in seiner Funktion. Ich habe nie irgendwas gesagt, Entschuldigung. Leute, ich bin frech. Jetzt offiziell. Und hier ist dann die Halle. Scheiße, das war wirklich böse. Ich habe nicht gewollt. Das ist bis jetzt oder nicht passiert. Herrin, du bist ja auch Nazi. Das musst du verstehen. Warum dieses Outfit? Christian ist ja dann ein Scheich. Christian ist ja dann als Scheich verkleidet. Er wird dann ein bisschen mit mir Programm auf der Bühne machen. Er hat mich vor fünf, sechs Tagen gefragt, wollen wir nicht was zusammen machen? Und naja, eigentlich habe ich auch mehrmals Nein gesagt. Aber ich habe es dann doch eingeräumt. Ich dachte, komm, den Spaß, den können wir uns heute nie nehmen lassen. Wir fahren her und mehr will ich noch nicht verraten. Das Programm, auch wenn es kurz wird, aber ich glaube, es wird lustig. Und wenn nicht, dann gehen wir halt nochmal rüber zum Gegenprotest. Die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Es sind ein paar wenige. Jetzt gehen wohl Reden los. Eigentlich müssen wir nochmal in die Richtung hin, damit wir das mithören. Das, ja. Aber es ist Zeit, wir haben jetzt nur 15. Okay, naja. Wir können das auch gerne noch anhören, ja. Gehen wir nochmal ein bisschen rüber, ja. Wir gehen nochmal gucken. Ich meine, Dialog, gut verwehrt, aber wenn jetzt Reden kommt, dann haben wir ja trotzdem. Weshalb sind sie da. Das stimmt, ja. Du hattest heute was von Nazis geredet, dass du nicht AfD bist. Okay, dann Freie Sachsen, das wurde dann noch schlimmer genommen. Ich bin jetzt echt gespannt, was da drüben so gesagt wird. Im Übrigen, wie wir können dann in Ostsachsen? Genau, Martin Sellner kommt heute auch hierher. Darüber wird eben schon gesprochen, da drüben. Was ist denn los? Leider nicht. Hast du gehört? Die Versammlungsleitung hat heute begonnen. Ich höre mal trotzdem vor, dass wir gehen vor die Kamera. No. Die Versammlungsleitung hat heute darauf verzichtet, den Hinweis des Vermummungsverbots in den Versammlungsbescheid zu schreiben. Deswegen darf man sich heute da drüben vermummeln. Deswegen darf man sich heute da drüben vermummeln. Sie müssen zum 15. Versammlungs, aber nicht auf der Versammlungsfläche. Das wäre sehr freundlich. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Musik anmachen, in der Zeit gleich hier mal ein paar Dinge. Das wäre schade, keine Wäden. Nein, leider nicht. Guck mal, da kommt Weichreide. Weichy, du bist ein Star. Was ist das? Das Salafistenkostüm. Sag doch mal nein. Weißt du, was das bedeutet? So viel wie... Nö, eigentlich nicht. Das muss ich auch nicht wissen. Ich kann dir sagen, dass... Warte. Das ist hier das Freie Sachsen Koranbuch. Das ist der freisächsische Abschiedeplan. Aber Maschallah heißt, dass ich dir meine Wertschätzung übermittle. Maschallah. Genau, das ist auch das erste Wort meiner Rede. Meiner kurzen Rede. Aber den Rest sehen wir da drin. Ich mache heute mit Christian ein kleines Programm. Und wir waren auch schon drüben. Also was ist Christian verkleidet? Als Scheich, der erzählt, wie schön es in Deutschland ist. Okay, ich habe die Rede ja leider verpasst. Es waren noch keine Reden. Also der Traktor mit dem einzigen linken Bauern aus Thüringen ist gerade eingerollt. Und jetzt hat er die Technik aufgebaut. Wir waren schon mittendrin drüben im Gegenprotest vor. Ich habe die Religion der Liebe, das... Ja, der Liebe wollte ich verbreiten. Aber... Aber dem Outfit fällst du da auch nicht auf? Ja, die sind ganz aggressiv gleich hergekommen und haben gesagt, dass sie keine AfD wollen. Ich habe dann gesagt, Moment, ich bin kein AfDler, ich bin von den Freien Sachsen. Aber es war nicht wirklich besser. Und dann hat uns die Polizei entfernt, weil der Versammlungsleiter gesagt hat, er kann nicht unsere Sicherheit garantieren. Ich war ja gestern in Dresden, da war ja der Gedenktag der Bordierung. Da hat auch einer der Demonstranten, die für ein friedliches Gedenken dort waren, gesagt, ja, die linke Szene sollte sich mal bilden. Und da habe ich gedacht, ja, wie sollen sie das denn machen? Über Telegram haben sie denn einen Kanal, wo sie sich den empfehlen, um die Freie Sachsen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, ehe sich die linke Szene bei ihnen stellt. Aber wie gesagt, also eine Person war drüben, mit der konnte man halbwegs ordentlich reden. Ich konnte mir auch nicht erklären, was Faschismus bedeutet, aber sie wünscht sich eine AfD ohne Faschisten. Es ist halt schwierig, wenn man sich Antifaschist nennt und gar nicht weiß, was Faschist überhaupt bedeutet. Genau, also aktuell grenzen ja diese Menschen andere aus, aus dem gesellschaftlichen Leben. Und gut, wir müssen gucken, wo die Entwicklung hingeht. Die Spirale der Gewalt dreht ja gerade hoch. Wir haben angezündete Bauernhöfe. Wir haben Hausbesuch bei meinen Eltern mit 30 verwummten Menschen. Und Pyrotechnik. Aber gut, da muss man drüber stehen. Das ist ja die Drohkulisse, die sie aufbauen wollen. Und den darf man eigentlich nicht nachgeben. Wir in Dresden sind ja auch Schlimmeres gewesen. Und in Leipzig denke ich auch. Ich stelle mir halt auch so vor, wenn man mich angreift, gut und schön. Aber wenn es dann an die Familie geht, irgendwo ist dann halt dann doch der Punkt erreicht, wo man das vielleicht nicht mehr einfach so schlucken kann alles. Es ist ja auch extrem feige, das an einem Tag zu machen, wo ich selber gar nicht da bin. Und eigentlich auch bekannt ist, dass ich seit zehn Jahren nicht mehr dort wohne. Aber gut, das ist eben das. Es war ein Versuch. Hat nicht geklappt. Jetzt machen wir halt einfach noch lauter und noch entschlossener. Und bekämpfen die, solange bis für die die Handschellen klicken. Zehn Personen haben wir schon identifiziert. Die werden wir jetzt jede Woche, werden wir jetzt einen veröffentlichen. Außer die stellen sich selber bei der Polizei. Das wissen die auch. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Gut, ich muss jetzt auch langsam wieder arbeiten. Auf ihr bei Herr Arbert. Viel Spaß. So, ich muss jetzt auch los. Ja, es kommen ja scheinbar keine Reden. Können wir eigentlich reingehen. Vielleicht gibt es noch was Schönes zu essen. Vor der Rede vom Programm werden wir jetzt auch mal ein Bier gönnen. Und dann gucken wir mal. Ja, auch. Also hier ist dann die Alkohol drin. Wir machen zum Karneval heute mal eine Ausnahme. Oder zum Fasching. Da darf auch mal Pierre Vogel ein Bierchen trinken. Okay gut. Vielleicht noch eine letzte Frage. Bevor du mir das auch so wieder überliebst. Da können wir auch von dahinter hin gehen. Im Chat stand das Kostüm. Wird ja sehr gut stehen. Man merkt gar nicht, dass es ein Kostüm ist. Wie denkst du jetzt vielleicht diese Kleiderordnung das öfter an den Tag zu legen? Also ich habe ja tatsächlich ein Stück des Korans mal gelesen. weil mich einfach mal einige Verse dort interessiert haben. Und ja, vielleicht wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, werden wir einfach konvertieren. Mal gucken, ob man mich aufnimmt bei der Religion des Friedens. Danke, Max. Danke. Danke. Vielen Dank. 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 So, da hat sich eben der gute Jörgen Eißers informiert, von wo wir sind. Auch ganz klasse Mann. Eine der Hauptattraktionen des heutigen Abends. Wir gehen mal hoch. Dann kann ich euch mal das Ganze hier von oben zeigen. Allerdings war ich vorhin schon mal spotten. Und ich muss euch vorwarnen. Es ist ziemlich gut mit Farben bestückt. Gut. Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich das hier gesehen habe. Ich war ja noch nie drin in der Halle. Ich war ja noch nie drin in der Halle. Und im Vorhinein gab es ja von Aufbruch Gera, von Aufbruch TV ein Video. So. Und das Ganze jetzt selbst zu sehen ist nochmal was ganz anderes. Hier gehen wir noch rüber. Und ja, um 18 Uhr wird dann hier die Veranstaltung losgehen. 16 Uhr Einlass. Wahrscheinlich vierstellige Besucherzahl heute. 17 UhriertELWenn. 22 Uhr. 19 Uhr. 21 Uhr. 92 Uhr. 22 Uhr. 24 Uhr. 25 Uhr. 26 Uhr. 29 Uhr. devastattetd Dущ everywhere thatool werden sehen. 28 Uhr. 25 Uhr. Ja, und schon wieder hat sich Martin Senna angekündigt, Leute. So geheim, dass es nur, weiß ich nicht, wahrscheinlich so um die 50.000 Leute wissen. Ob der überhaupt bis hierher kommt, der Schwierigkeiten bei der Einreise hat, man weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Sehr gute Banner, kenne ich vom legendären Livestream aus Gera von Nines im Heim, stimmt's? Ich glaube schon, also hier sind ganz ganz viele Banner. Auch die, wie nennt man das, die Nickis. Ich habe keine Ahnung, warum sich das so nennt. Ich bin ja gespannt, was dann die Systemmedien wieder daraus machen werden. Und wenn sie sich noch auf Bilder wie diese hier berufen, mit hoffentlich korrekter Quellnennung, für wen machst du die Aufnahmen? Ist das genehmigt? Achso, das ist abgesprochen so, ne? Alles klar. Gut, okay, dann geht das wieder. Jetzt könnte ich jetzt mal das Tier drüben machen. Dank dir. Hat das erinnert, den Zug mitgekann wegen der Deportationen, beziehungsweise der Deportation. Gute Frage. So, wir wollen den Schutz der deutschen und europäischen Außengrenzen voll egaler und unkontrollierter Masseneinwanderung. Miteinander statt Gera steht zusammen Einer für alle, eine für alle. Eltern, Lehrer und Ärzte haften für die Gesundheit unserer Kinder. So. 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 Wir haben noch eine halbe Stunde. Gehen wir jetzt nochmal raus. Der Buchssage haben heute Abend jetzt den Brief verordert gekannt. Da steht auf, Herr Artur B. Als Järmer. Den Brief hat sich schon in der Hand. Der Herr Artur B. hat sich schon... Das ist gut so für den Morgen. Das ist gut so für den Morgen. Also, das hat sich schon angekündigt. Wir wissen, wir haben nicht gehört. Was die Polizei hier sucht, die ist halt eben mit hier drin. Ich nehme an, dass das abgeklärt. Im Vorhinein gab es ja auch... Das können wir eigentlich gleich mal klären dort unten. Da sehe ich doch eben den Stand der Freien Sachsen. So dort mal hingehen und dort mal nachfragen, die deshalb zustande kamen, dass überhaupt hier wieder das Ganze so stattfinden kann. Denn da gab es wohl Repressionsversuche, die aber tatsächlich mit einem, kann man schon Star-Anwalt sagen, mit einem sehr bekannten Anwalt auf jeden Fall abgewährt worden sind. Gehen wir mal hin, würde ich sagen. Komm, machen wir, Leute. Das ist ja ganz gut. Ich meine, es können sich immer Leute mit drunter mischen. Und wenn dann jetzt hier Polizisten hier oben stehen, die das Ganze im Blick haben, ist schon gut. Also, die Ansteiger selbst haben auch für Security gesorgt, für Sicherheitskräfte. Hallo Leute, wenn man mich sieht. Die haben wohl sogar einen Flutlichter mit am Start. Pockel ist stabil. Aber solltet ihr ihn mal interviewen? Eigentlich in Pockelburg. Aber ich weiß nicht, ob er aus der AfD irgendwie rausgeflogen ist, weil er wohl zu stabil ist. Keine Ahnung. Aber was soll ich ihn fragen? Was soll ich ihn fragen? Also ja, der ist korrekt. Aber was soll ich ihn fragen? Es ist halt nicht mein Homie. Hey, grüß dich. Ganz gut zumal. Ja, gerne. Armbast. Sind Sie auch? Ich bin ganz schön. Danke, danke. Du kannst meine ARD finden. ARD ist drin? Ja. Nee, nee, nee. Ist das ARD? Was ist das? Nein, fürs Bett ist okay. Wir haben draußen mit Filmteam gesehen. Ja. Das war ja nicht. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein Vorhinein. Das kann ich auch mal den Leuten hier sagen im Livestream-Chat. Der hier mit der Kamera. Ja. Ja. Die sind uns ruhig von Komendienkommendat. Der eine Koppel. Bitte? Ja, das weiß ich nicht. Bitte? Ja, das weiß ich nicht. Ich kann nämlich nichts sagen zu nehmen, wie ich spreche. Ich spreche Englisch, aber ich spreche Englisch. Und zwar im Vorhinein tatsächlich, als wir hierher auf dem Weg waren. Da habe ich so ein ARD- und CDF-Auto gesehen mit so weiß-roten Bändchen draußen dran. Ja. An den Spiegeln, wie jetzt die ganzen Proteste einfach haben. Bei den Autokursen. Ja. Zum Motto, gutes Mädchenteam. Ja. Schön. Drück auf, ja. Drück auf. In Dresden warst du auch. Ja. Warst du auch schön tätig, ja. Die waren ja so bösartig dieses Mal, ey. Das ist doch ne, von der Polizei. Ich habe die Transparentrolle in der Hand. Die haben mich hier, haben so den Päckchenkopf alleine gelassen. Die waren so aggressiv, ey. Gut. Ich geh. Also wir sind schon kräftiger als ich. So wie. Aber Regisatoren. Ja, wenn ich so ruhig bin. Wie der Christian. Das ist auf der Ecke. Ja. Ich sag ja auch an. Du bist so froh, wenn es so ist. Das ist so der Jörg. Da bin ich jeden Morgen. Nämlich sehr. Ich bin jetzt unabend im Hause, würde ich unbedingt dagegen rennen. Ja, weil ich so ein Thema soll. Das ist dann noch wichtig. Ja, ja. Ich komm dann schnell. Haben wir vor. Ja, das war. Ein bisschen mehr, was wir noch tun haben. Ja. Jo. So Leute. Da sind wir wieder. Ah, da ist er. Ja. Okay. 公 cel Flgie. Dann gleich starten wir jetzt rein. Woohoo. Ja. Okay. воспrih matching waren. Ja. Wir begründen uns mal, was zwar eher noch einmal, Aber noch einmal ambulant. Hast du was vorhin, um die Kamera zu kommen? Vor die Kamera? Ja. Okay. Ich bin nämlich schon live. Ich bin nämlich schon live. Ich bin überall im Einsatz. Sehr auch heute. In der Tat. Ja. Es ist halt noch ein bisschen zeitgleich. Ich möchte natürlich noch mal rausgehen. Aber ich will jetzt nicht da raus rein. Und dann denken wir, dass wir noch mal ein, dass wir hier sind. Aber ich bin noch mal zum Nachdenkling. Ich weiß, ich würde zum Freien Sachsen-Stand. Ich würde zum Freien Sachsen-Stand. Also wir sehen uns. So Leute, jetzt weiß ich wieder, wo ich hinwollte. Und zwar zum Freien Sachsen-Stand. Und da machen wir jetzt auch hin. Ey, es ist so geil, wenn du Leute triffst, die du halt kennst, ewig nicht gesehen hast und dann wieder ins Gespräch kommst, das Ganze noch live. Es ist halt nicht, ja, verhinderbar, dass das Team darunter etwas leidet, sage ich mal. Mecha, hast du kurz Zeit? Ja. Max, ich hatte mal schon mal. Ich würde gerne noch ein Video machen. Also jetzt im Stream. Lass mal bitte nach vorne gehen, damit die Leute im Hintergrund sind. Stell dich mal hierher. Ich komme mal ein bisschen näher ran. So. Feintuning. Hörst du mich, wenn ich so rede? Okay. Ja. Glück auf nach Schreiber. Wir haben heute hier politischen Aschermittwoch. Das Jahr ist ja noch recht jung. Was erwartest du dir vom Jahr 2024 politisch? Vom Jahr 2024 erhoffe ich mir vor allen Dingen eine politische Wende. Wir haben die Wahlen in Sachsen und, soweit ich weiß, auch in anderen Bundesländern. Aber unser Wirkungskreis ist ja Sachsen und dort wollen wir natürlich was verändern. Und es gehört aber natürlich auch dazu, mal einen lustigen Anlass mitzunehmen. Und das ist heute eben hier der politische Aschermittwoch in Ronneburg. Und genau, für mich auch das erste Mal. Aber ich bin für sowas ja immer offen und zu haben. Und wir gucken mal, was uns heute hier erwartet. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Wir konnten Pia Vogel auf unsere Seite ziehen, sehr gut. Hey Leute, das ist halt jemand, ich weiß natürlich wie der aussieht, ich kenne ihn so in etwa. Aber das war noch eine Zeit bevor ich mich mit irgendetwas beschäftigt habe, ich habe keinen Plan wer das ist. Also irgendwas mit Islam ja, aber mehr werde ich dann nachher sehen. Das was ich hier gehört habe, er soll wohl sehr unbeliebt sein auf ganz vielen Seiten, aber ja, das ist jetzt halt relativ wenig aussagend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das macht doch Sinn. Sorry. Ich hätte nicht jetzt noch ein Bild. Alles gut. Ja. Ich habe noch mal kurz. Ja. Da hast du noch was? Ja. Genau. So, Wolfgang Schmiede aus Zwönitz, politischer Aschermittfach heute. Was erwartest du dir von diesem Jahr in politischer Hinsicht? In diesem Jahr? Ja, ich hoffe, dass diese Regierung noch ein bisschen durchhält und dass sie das Land wirklich bis zum Ende an die Wand fährt. Das ist meine Hoffnung. Die müssen durchhalten bis nächstes Jahr. Wenn wir jetzt einen Neuwahlen kriegen, dann haben wir schwarz-grün. Das ist das Gleiche wie jetzt. Die können wir nicht gebrauchen. Heute ein sehr besonderes Kostüm. Welchen Anlass bietet das? Oder welchen Hintergrund? Der Hintergrund ist der, wir haben in den vergangenen Tagen in Dresden die Demonstrationen wegen der Bombardierung 13. und 14. Februar 1945 gesehen und sehr viele sogenannte Anti-Antifa, also dumme, fremdgesteuerte Analphabeten. Und ich wünschte denen, dass die mal anderthalbes Jahr bei der Nationalen Volksarmee gedient hätten, damit sie endlich mal ein bisschen Ordnung und Sauberkeit lernen, die Schmutz finden. Danke dir. Wir brauchen noch weitere Opfer des heutigen Abends. Die selbe Frage. Wenn ihr noch spannende Fragen habt, die wir den Leuten stellen können, dann auch gerne reinschreiben. Aber mich interessiert ganz speziell, was man sich für 2024 politisch wünscht, vorstellt, erwartet. Wenn das Jahr ist, ist es noch sehr jung. Ich mache Schreiber. So, und wo positionieren wir uns dann? Hier finde ich, es sieht ein bisschen leer aus, der Hintergrund. Da müssen wir noch ein bisschen rumrücken. Jeder gefällt es ja von links besser. Hast du kurz Zeit? Was? Hast du kurz Zeit? Kennst du mich? Daniel De Ganser, ne? Nein, Peter Ganser, Galerien ist klar. Entschuldigung. Ja, klar. Wir haben uns schon so oft gesehen auf Chemnitz. Ich war eben nur mit dem Namen. Entschuldigung. Danke, Gott. Hast du kurz Zeit für ein Interview? Ja, okay, gut. Aber dir wollte ich noch mal mein Kompliment aussprechen. Ja. Du hast, Herr Ben Auber, oder? Ja, aber. Du hast dann einen sensationellen Livestream gehabt in Gerard. Danke. Also, muss ich wirklich sagen. Und das war aber ein gutes Zusammenspiel mit dir und dem Jungen. Der Weichwalte. Der Weichwalte, ja. Aber du bist ja hier Thüringer, gell? Nein, nein, nein. Ich bin aus Freiberg in Sachsen. Das ist zwischen Dresden und Ketten. Oder Sachse. Ja, ja, Sachse. Genau. Sachse, Thüringen. Da merkt man aber schon auch einen Unterschied, weil er ist ja nicht aus Thüringen. Nein, nein. Er ist Leipzig und ich Freiberg. Aha. Aber er war schon deutlich mehr in Thüringen als ich. Zu den Protesten. Und, nee, aber er ist ja, ich meine, mein Equipment, das bietet sich jetzt nicht so an, irgendwie auf den Mängel reinzugehen. Obwohl er halt, sag ich, mal in den Mängel geht, wo man den Leuten spricht, habe ich halt das Bild so von außen, wenn man dann auf zwei Bildschirme schaut, das ist perfekt. Aber ihr habt genial zusammengearbeitet. Also, ich muss da sagen, den ganzen Livestream, den du da aufgenommen hast, habe ich das alles mitverfolgt. Okay, danke. Ich habe ja auch reingeschrieben. Ich habe auch drunter geschrieben, wie guck mal, dass du vielleicht nicht gehst, weil ich so froh bin, dass das auch Junge jetzt sind, die das machen. Aber das gibt mir auch nicht. Weißt du? Gehen wir kurz zur Seite. Genau, ich stelle kurz die Kamera ein. Ist das nicht so laut? Das Mikrofon, das filtert das raus. Also, ich gebe dir dann das Mikrofon und das filtert relativ gut raus. Und in der Nachbearbeitung, also das ist zwar live, aber in der Nachbearbeitung könnte ich es nochmal besser rausfiltern. Aber du weißt schon, Galerie des Graus bin ich, gell? Nicht deine ganz andere. Nee, 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 ja. Wie gesagt, sorry. Nein, da entschuldigen musst du nicht. Ja, wir haben nur so viele Leute kennengelernt die letzten Jahre, das ist... Du hast mich ja nicht mit jemandem Schlechten verglichen. Okay, nee, die Mauer ist nicht doof. So. Genau, du hörst mich? Bitte? Du verstehst mich? Ja, ich glaube nicht. Okay. Ja, wir haben hier den Peter Gans von der Galerie des Grauens. Politischer Aschermittwoch heute, der Februar. Das Jahr ist noch jung. Was erwartest du auf der politischen Ebene von 2024? Auf der politischen Ebene von 2024? Oh, jetzt geht's gerade los. Können wir das nachher noch machen? Ja, machen wir es nachher. Danke dir, danke dir. Machen wir es nachher. Ja, guck mal, was ist wirklich interessant. Ja. Als reiner Hersteller habe ich einen guten, guten Kameraden, den wir sehen. Das ist ein mit dem Team Jeter-Müterweiter im Rente hier, der Frank Lenneke. Der wird mit seinen ersten Liedern euch ein Stück weit einstimmen für den Abend, an dem wir für euch die ganze Reihe Überraschungen noch bereithalten. Und natürlich reden, wo hier die Halbdäcke wieder wackeln wird. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Alles andere so Stück für Stück über dem Abend. Frank, bitte mit deinen ersten Liedern jetzt hier mal ein bisschen Atmosphäre in diese hellige Überraschungen einbringen. Natürlich ist es Peter Gans und nicht ein Eleganzer, sorry. Eins, zwei. Ja, jetzt noch ein bisschen. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier in Roldeburg. Für alle, die uns den Platz haben, es sind noch Plätze da. Macht es euch gemütlich. Der Abend dauert etwas länger. Ja. Auch hier hinten, herzlich willkommen. Schön, dass ihr an der Kürze seid. Und wir fangen heute Abend einfach mal an mit einem ersten Lied. Wir befinden uns ja in einem vogtländischen Bereich, im Thüringischen. Und da passt auch sehr schön ein Lied aus dem Vogtland. Ein Vogtland ist ein schönes Land, aber leider ist es nicht sehr bekannt. Ich gebe es länger als manche denken, nur möchte ich dir dieses Lied ein schenken. Du wurdest der Weg zum ersten Maler, als ein Gebet zwischen Mulde und Saale. Im zwölften Jahr und Nacht, wir sieben und Norden, herrschte schon die Regen um deine Freund. Ein Vogtland, mein Vogtland, ich bin da ein. In Leer und Neuer wird wunderschön sein. Ein Volk ist ein starker, ein fester Verwandt. Ja, wir sehen so stolz auf das Rotland. Du wurdest zerrissen, dann wieder vereint. Verhaut und verraten und dann noch entzweit. Verschickt und entlang und oft getreten. So Gott wurde gesagt von so manchen Propheten. Jetzt stehst du unter einem anderen Namen. Deine Ehre kann auch an jemanden ahnen. Was keiner weiß, wer deine Gründe eins waren. Man soll es nun durch dieses Lied erfahren. Mein Vogtland, mein Vogtland, ich bin da ein. In Leer und Neuer verbunden wird sein. Ein Volk ist ein starker, ein fester Verwandt. Ja, wir sehen so stolz auf das Vogtland. Aufgebaut und bestellt von bösen Bauern. Solltest du wohl bis heut überladen. Man spricht auch hier von so einigen Flanken. Jeden hast du sehr viel zu verlanken. Im Besitz war man Rossas und einem Heinrich. Man war sich darüber dir richtig einig. Gehörst den Gedanken, deine Leute. Ihnen schon immer von damals bis heute. Mein Vogtland, mein Vogtland, ich bin da ein. In Leer und Neuer verbunden wird sein. Mein Volk ist ein starker, ein fester Verwandt. Du bist eh so stolz auf das Vogtland. Das Land ist gepflegt von Bergen und Wald. So ist es im Winter auch hier sehr kalt. Die Menschen sind fleißig, manchmal gut gelaunt. So hat man dich schon sehr wundern bestaunt. Musik und Kultur findet man hier und dort. Am Weltkult des Bierhands und manchen Ort. Den Zellern im Wasser sieht man weiterverlein. In deiner so großen Leerlichkeit. Mein Vogt, mein Vogtland, ich bin da ein. In dem und treuer verbunden wird sein. Ein Volk ist ein starker, ein fester Verwandt. Du bist eh so stolz auf unser Land. So lobe die Gegend aus, wie ihr wohl stammt. Und froh, dann du bist ein Heimatland. Nur einmal geht es dich auf dieser Welt. Das ist es, was mir an dir so gefällt. Keine Rümer und eure Schützende an. Wirst du immer aus unserem Herzen verwahrt. Ein Rümer für Impfner hier werden. Du sollst niemals mehr vergessen werden. Mein Vogt, mein Vogtland, ich bin daheim. In dem und treuer verbunden wird sein. Ein Volk ist ein starker, ein fester Verwandt. Du bist eh so stolz auf das Rote Land. Hinter mir schlicht es auch Kino auf dem Transparent. Dahinter ist ein Traktor. Und wir hatten ja vor kurzem sehr viele aufstädtische Bauern. Wir werden heute das Thema aufstädtische Bauern und deutsches Bauernton behälfters hören. Aber ich dachte mir, ich fange auch zum Anfang noch mit einem Bauernlied an. Es stand aus dem Jahre ungefähr um 1700, also ganz neu nicht. Aber es gab auch schon früher aufruhrische Bauern, die nicht alles mitgemacht haben, was die Rotbänder so verzapft haben. Und so dieser kleine Sprung ein wenig zurück. Ich bin ein freier Bauersknecht. Ich bin ein freier Bauersknecht. Und vielleicht mein Stand ist eben schlecht. So mag ich mich auch wohl und gut. Als einer der ein Brot vertut. Der Heilige Lach, ich bin noch mein Eigen. Der Heilige Lach, ich bin noch mein Eigen. Der Heilige Lach, ich bin noch mein Eigen. Also warum bin ich jetzt weg von der Bühne? Weichkeit wird nicht reingelassen. Der Heilige Lach, ich bin noch mein Eigen. Der Heilige Lach, ich bin noch mein Eigen. Weichkeit wird jetzt wahrscheinlich für jemanden von der Gegenveranstaltung erhalten, der nicht rein soll. Aber es sollte jetzt klärt werden. Ich meine Weichkeit, der kennt man ja. Aber gut, ich habe gesagt, er ist eingeladen von Christian Klar. Haben wir ja am Stream gesehen. Mehr können wir nicht machen. Wir gehen nicht zur Bühne. Er wird reinkommen. Es wird bloß noch ein paar Minuten dauern. Aber besser Vorsicht als Nachsicht. Und er wird heute noch einige Lieder hier zum Besten geben. Halle 40 langsam. Wir wollen schon mal anfangen, so ein bisschen Stimmung hier einzufügen. Dann haben wir dieses Jahr weder Küsten noch Müd geschollt, haben wir eine Rezierung geschlachtet, damit wir die Fälle für die Trollen haben. Wir haben unsere Trollenwolle, die euch einbekannt ist. Und ihr kommt jetzt einfach mal hier vor, die Trollen und macht hier vor der Wahl einen ersten Tisch. Kommt, Schäffel. Dreizehn. Wangen wir jetzt. Dreizehn. Dreizehn. Jetzt geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke, Frank Rönneke. Wir hören und sehen uns im Laufe des Krampfs noch mehrmals wieder. Nochmal Applaus für Frank Rönneke. Ja, wir haben ja heute den, unseren Aschermittwoch hier unter das Thema 500 Jahre Bauernaufstand in Deutschland gestellt. Unsere Bauern stehen auf den Straßen, unsere Handwerke stehen auf den Straßen und wollen dieser Nichtregierung zeigen, bis hierher und keinen Schritt weiter. Und wir haben, ich weiß nicht, ob auferstanden ist oder ob es der Urwinkel ist, wir haben heute den Thomas Münzer. Auch hier bei uns. Thomas, komm mal zu mir auf die Bühne hier hoch. Und wir haben gewandt und in einer Messgabe, mit der du damals schon die impfigen Regierungsbeamten aus Böregeschlossern jagen wolltest. Thomas, wie hast du das damals angefangen, als du auf die Weltkriege damals noch vergangen bist? Hallo, schönen guten Abend. Wir haben das damals angefangen. Mit ganz viel Mut für unsere Familie. So hat alles begonnen. So hat alles begonnen, Thomas. Und wir begrüßen jetzt erst mal ganz offiziell und ganz herzlich hier die Rollenburger. Wir begrüßen hier die Gera. Und wir sagen jetzt schon einmal Danke an das Team von Christian Klar, der hier uns diese Halle versorgt hat. Ja, hier kommt das Bestensohn, der alles und vieles gewonnen hat. Danke, Gera. Danke, Christian Klar. Du hattest mir vor uns ins Ohr gefürst, Thomas, dass du jetzt schon mal ein paar Sachen hier kundtun willst, die nicht untergehen sollten. Darum bitte ich dich jetzt schon mal und dein Hut, guck mal, was du hast. Ich mache es kurz. Es wird keine lange Rede. Es werden Worte sein, die euch alle erreichen, weil ihr seid die Verbündeten. Es hat sich scheinbar nichts geändert seit dem 15. Jahrhundert. Die Regierenden und die Kirche bestehlen das Volk. Auch die Schreiberlinge der Staatsmedien füllen sich reichlich ihre Taschen mit dem erpressten Steuergeld. Sie lügen und betrügen. Sie vergiften die Seelen unserer Kinder. Wie sagte ich bereits im 15. Jahrhundert? Herren, die nur fressen und saufen. Eine Plage des armen Volkes. Wundersüchtige und zinsaufrichtende, hodensäckige Doktoren, Hurenhengste und Lärmscheißer, des Teufels fachen. Ich rufe euch auf. Leistet Widerstand, zeigt Zivilcourage, jeden Tag, für eure Heimat, für eure Familien. Auf, auf! Auch auf ist das wichtige Wort. Deutschland braucht einen neuen Aufbruch. Wir müssen gemeinsam diese Regierung aus ihren Ämtern jagen, Thomas Mönzer. Und wie der Zufall es so will, sind einen Bauern und den Handwerkern ein paar Gestalten ins Netz gegangen, die wir schon lange verurteilt sehen wollen, weil sie dieses Land nicht regieren, weil sie dieses Land wissentlich zugrunde richten. Wir haben sie schon einmal vorsorglich in einen Gefängniskarren gesteckt, wozu sie hingehören. Und ich bitte euch jetzt schon mal aufzustellen, euch zu erheben und ein dramatisches Ende dieser Regierung, dieser Nichtregierung, mitzuerleben, liebe Freunde. Bitte, Herr Kapellmeister. So, der Traktor, und ihr liegt eigentlich in der Zeit, wie es ihr unterhalten Liebi, dass sie eine Kirche in der Zeit die Zeit nicht immer wieder einmal vom Abfahrt sind. Und ich bitte einmal aufwärten, wie es ihr nachles hatten. Und ich bitte was, dass sie die Zeit, wir in der Zeitung halten, und wir in der Zeitung haben, und bei diesem Raum gehen, wie es ihr hier nicht langsam macht, was wir hier nicht verziehen, dass sie sich einfach mal anschauen, Vielen Dank. 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 Und ja, zum ersten Mittwoch ist es ja einfach schön, wenn wir schauen, was hier momentan im Land durch los ist und dass wir hier alles nicht ganz so ernst nehmen dürfen, wie es eigentlich ist. Gestern hat unsere geschätzte Innenministerin Nancy Faeser mal wieder angekündigt, mit einem neuen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, gegen alles vorgehen zu wollen, was nicht ihrer Meinung entspricht. Hat ganz unterschiedliche Maßnahmen vorgelegt und will unter anderem Fake News bekämpfen. Ich dachte zuerst, was geht gegen die GZ, aber nein, was geht gegen literativen Medien, wie auf eins, kompakt und andere Formate. Und das zeigt eben, was die für eine Angst vor uns haben und es zeigt, dass die langsam merken, es bewegt sich hier was, es ist hier alles im Wandel. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen. Aktuell versuchen sie mit dem Verfassungsschutz den Widerstand zu spalten. Sie wollen, dass wir aus Angst vor staatlicher Überwachung zurückrudern, dass wir an unseren Worten die Schärfe verlieren, die so notwendig ist. Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Und ich freue mich heute, ich habe heute geschaut, wer hier noch so alles auftritt, ich freue mich sagen zu können, dass hier heute ausschließlich Menschen auf der Bühne stehen, die eine staatliche Auszeichnung haben, die besser kaum sein könnte. Sie sind staatlich anerkannte und vom Verfassungsschutz beobachtet der Rechtsextremisten. Da tut es ihm wohl, diese Leute haben das Herz am reichen Fleck. Und wir dürfen uns bei allen Dingen auch nichts vormachen. Die Extremisten, das sind nicht wir. Ich meine, da muss man sich ja hier umschauen. Wir sind ganz normale Leute aus der Mitte des Volkes. Die Extremisten, das sind die in der Regierung. Das sind die, die uns zwei Jahre lang eingesperrt haben. Das sind die, die versuchen, uns in einen Weltkrieg mit Russland zu stürzen. Das sind die, die unsere Wirtschaft zerstören. Die uns desilustralisieren wollen. Das sind die Extremisten. Wir sind die Normalen. Und das dürfen wir nie vergessen. Diese Extremisten müssen auf Schärfstum bekämpft werden. Heute waren ja auch wieder viele Schilder zu sehen. Diese Schilder sind mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Wir haben sie ja auch erst vor zweitem Wochen in Dresden lokalisiert. Da hat es der Bürgermeister, der Hilbert, hochverdient auf diese Schilder geschafft. Und ich denke, es ist wichtig, den Leuten zu zeigen, was passiert, wenn sich der Wind in diesem Land ändert. Und wir werden dafür sorgen, dass mit diesen Menschen für all das, was sie getan haben, abgerechnet wird. Rechtsstaatlich, aber Kompromisslos. Die gehöre hinter Schloss und Riegel. Und wir merken ja langsam alle, dass der Wind sich dreht. Er könnte noch ein bisschen kräftiger reden, aber es ist die Zeit der Veränderung. Wir haben 2024 ein Superwahljahr, wie es heißt. Wir alle wissen, oder die meisten denke ich mal, dass Wahlen alleine nicht das große Ganze verändern. Aber sie sind eine Möglichkeit. Und wir müssen in diesem Jahr mit dem patriotischen Lager vorankommen. Und da ist es zweitrangig, welche Kraft am Ende der meisten vorankommt. Hier in Ronneburg, beziehungsweise Gera, wünsche ich natürlich dem Aufbruch Gera viel Erfolg bei seinem kommunalpolitischen Regul. Ich wünsche Thüringen, der AfD, der Wilhelm Höcke auch Erfolg. In Sachsen kann ich das Volk der AfD da nicht wünschen. Aber hier in Thüringen gibt das Herz und Recht. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir in Sachsen, wo wir uns ja leider mit dem Erbe der Moitschianer auf Dietrichs herumlagern müssen, dass wir in Sachsen mit dem Freien Sachsen das korrektiv sind, was die Altpartei aber leider auch für AfD braucht, für einen authentischen, nationalen, patriotischen Politikkreis in diesem Land. Das wollen wir sein. Wenn es hier in Deutschland Veränderungen gibt, dann geht das von eigenem Keimzelt aus. Dann geht das von eigener Region aus. Und da kann man sagen, schon in den Corona-Protesten hat sich gezeigt, Sachsen und Thüringen gehen voran. Wenn der Widerstand beginnt, ist das in Thüringen, speziell in Osten von Thüringen und in Sachsen am meisten der erste Fall. Und es gehen die meisten Leute auf der Straße. Und deswegen freue ich mich auch, dass über die Jahre eine gute Zusammenarbeit entstanden ist mit den Mitstreitern aus Thüringen, mit Christian Klaar, mit Frank Hausner und den anderen. Und ich kann nur für die Zukunft sagen, freie Sachsen und freie Thüringer stehen Seite an Seite. Wir werden Annono-Fraktion von Thüringen tragen. Dankeschön. Wir sind so froh, dass es die Freien Sachsen gibt, liebe Freunde. Es gibt ja in der AfD manche, die davon trömen, dass es nur die AfD alleine schaffen wird. Und dass die AfD alleine hier das Ruder herumreißen kann. Es wird so nicht stattfinden können. Wir werden nie fragfähige Mehrheiten nur alleine mit der AfD hinkriegen. Wir brauchen Mehrheiten und das gesamte rechte, nationale, konservative Spektrum. Darum Freie Sachsen, Alternative, die Werteunion. Und wenn diese drei zusammenkommen, wird es in Sachsen wieder aufwärts gehen, liebe Freunde. Danke, dass es euch geht. Macht so weiter. Bleibt standhaft. Bleibt auf der Straße. Freie Sachsen, danke, dass ihr hier seid. Und zunächst der Redner und natürlich seine Ehefrau, die Steffi und der Jürgen sitzen schon hier unten, schattet schon in den Rufen. Und ich möchte kurz noch etwas zu Kompakt sagen. Kompakt, das wahrlichste Medium mittlerweile, was die Eingesessenen das Fürsten lernen wird. Kompakt wird unser, ist unser neues Hauptmedium, liebe Freunde. Hier in Deutschland, die erzählen keine Schuss. Die erzählen wirklich Fakten. Kompakt ist auf YouTube, Kontakt, Kontakt ist überall. Kontakt ist hier, wo wir sind. Kompakt. Bleiben wir im Widerstand, liebe Freunde. Und der Jürgen hat lange Jahre gekämpft, bis er diesen Stand jetzt erreicht hat. Er baut sich immer weiter auf. Und der Jürgen ist einer, der immer gesagt hat, es geht nur gemeinsam. Es geht nur gemeinsam in diesem Land, um etwas zu ändern. Wir dürfen uns nicht gegenseitig zerreißen. Und deshalb hat der Jürgen für dieses Jahr sehr viel Geld in die Hand genommen und startet eine sogenannte Bühnentour. In diesem Superwahlkampfjahr wird kompakt, vor allem mit seinen Mitarbeitern, durchs Land, Touren und Werbung für eine neue Regierung machen. Und genau das brauchen wir vom Pakt, mit dem lechten Widerstand vereinen, mit dem lechten Widerstand kümmern und dazu beitragen, dass in Thüringen und in Sachsen ab September ein anderer Wind weht. Liebe Freunde, schon einmal recht, dass ich dafür, lieber Jürgen, dafür macht jedes Kompakt, bleibt so, macht so weiter. Und wir sind hier, auch in Rollenburg, in einer Bergbaugebung. Wir sind auch in Sachsen viele Bergbaugebung, in Deutschland natürlich viele Bergbaugebung. Und im Bergbaugebung ist immer ein Steiger, der vorne rangeht. Ein Steiger, der ein Stück weit sagt, wo es rangeht. Ein Steiger, der weiß, wo die größten Schätze verbogen sind im Berg. Und welches Lied passt besser zu Jürgen, der weiß, wie es lang geht. Der Stauder weiß schon, was für zwei Jahre in der Phase ist. Herr Kapellmeister, bitte. Herr Kapellmeister, bitte. Herr Kapellmeister. Das Kompakt, du, welches Kompakt ihr Gesicht gibt. Und was kann ein schöneres Gesicht sein, als das von Steffi? Steffi, du beginnst hier, der Jürgen hat gesagt, lass die hübschen Trauen das mal machen. Die paar Worte, die dann noch kommen, die macht den Jürgen mal zu ihrem Nachbarn. Du kannst da... Hallo Vera, mein Mann hat mich gebeten, Witze zu erzählen. Aber ich denke, wir Deutschen haben angesichts von Habeck, Baerbock, Scholz, Faeser und anderen Katastrophen nichts mehr zu lachen. Aber Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht. Und ich versuche doch mal jetzt einen Witz zu erzählen. Den habe ich letztes Jahr schon erzählt, aber mein Mann kann ihn gern nochmal hören. Aber ich möchte auch gern einen neuen bringen. Aber erstmal der Alte, der an das Thema unserer Vorredner anknüpft. Da stürzen ein Amerikaner, ein Franzose und ein Deutscher über dem Schubel ab mit dem Flugzeug. Und dann irren sie umher und werden aufgesammelt und einen Kannibalen schnappen. Und der Kannibalenräumchen sagt, ich lass euch laufen, wenn ich weiß, woher ihr kommt. Sagt der Amerikaner, ja, woher ich komme, das weiß jeder Mensch auf der Welt. Ich komme aus New York, USA, Big Apple. Sagt der Kannibalenräumchen, kenne ich nicht, nie gehört. Und sperrt ihn ein. Dann sagt der Franzose, ja, die USA muss man wirklich nicht kennen. Aber Frankreich, Grand Nation, Paris, Eifelturm, kennt man auf der ganzen Welt. Nein, sagt der Kannibalenräumchen, den habe ich auch noch nie gehört. Jetzt ist der Deutsche schon ganz resigniert. Und sagt, naja, ich bin da ernst, ich komme aus Hoyerswerda. Das kenne ich, da hat mein Bruder Asyl. Ja, und eben aus dem Weg hier, hat mich mein Mann gefragt, welche Koalition wäre die denn am liebsten? Die Ampel oder die große Koalition oder Jamaika, da habe ich gesagt, die Sahara-Koalition. Ja, was ist das denn? Sahara-Koalition, wir schieben sie alle in die Wüste. Aber mir ist wirklich eben einer eingefallen, als ich die Vorreiter gehört habe. Da gehen ein Deutscher, ein Asylant und ein Grüner zusammen im Wald spazieren. Und dann finden sie eine ganz merkwürdig aussehende Flasche. Und dann bewegt sie sich und auf einmal kommt auf eine Flasche ein Flaschengeist. Und sagt, ah, ihr habt mich gefunden, jetzt hat jeder einen Wunsch rein. Und da sagt der Asylant, ach, ich möchte gerne wieder nach Hause. Und ich möchte alle meine Brüder und Schwestern, die mit mir in Deutschland sind, mitnehmen. Weil da scheint auch immer die Sonne und, naja, in Deutschland ist wirklich nicht ganz so schön und das Bürgerngeld wird bestimmt auch in unsere Heimatländer überwiesen. Und es macht plopp und der Asylant ist weg. Da sagt der Flaschengeist zu den Grünen, du hast jetzt auch einen Wunsch frei. Ach, sagt der Grüne, ich möchte gerne in einem anderen Land leben, wo es keine deutschen Nazis gibt, überhaupt keinen Deutschen mehr sehen. Und ich möchte auch alle meine grünen Brüder und Schwestern mitnehmen, dass wir komplett ohne Deutsche ganz weit weg wohnen können. Und es macht plopp und der Grüne ist weg. Jetzt wendet sich der Flaschengeist an den Deutschen. Flaschengeist, hast du auch wunschfrei? Sagt der Deutsche, ähm, Flaschengeist, habe ich das richtig verstanden? Das Land ist jetzt komplett frei. Alle Asylanten sind weg? Ja. Und alle Grünen sind auch weg? Alle Grünen weg? Ja. Ich möchte frisch gezacktes Bier. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen politischer. Ich gehe an meinen Mann. Nach Klaus noch mal. Applaus Jetzt gehen wir Szaak. Ja. Ja. Ich gehe an meinen Mann,うわ. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Eins, zwei... Eins, zwei... Eins, zwei... Hallo Gera! Mein Name ist Jürgen Elsässer. Meine Frau und ich, wir sind Deutsche. Und wir wollen nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir die da oben nicht endlich zum Teufel jagen. Und einige dieser Damen und Herren möchten euch gerne vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie ihr über die denkt. Wie denkt ihr zum Beispiel über Jürgen Kretin? Oder wie denkt ihr über Winfried Kretschmann? Oder wie denkt ihr über den Landwirtschaftsminister Chef Öztemir? Also ich habe den Eindruck, ihr mögt die nicht so. Und da habe ich jetzt eine gute Nachricht für euch. Jürgen Kretin, Winfried Kretschmann und der Chef Öztemir, die waren heute in Biberach im Schwäbischen und wollten den Grünen Aschermittwoch feiern. Aber sie haben nicht gerechnet mit den Bauern. Und die Bauern und Mittelständler und andere wütende Bürger haben sich vor der Stadthalle Biberach verrammelt, die Zufahrtswege blockiert und Rambazamba gemacht. Und der Grüne Aschermittwoch konnte nichts erkennen. So muss man das machen mit der Bande. Und wir haben ja heute den Aschermittwoch und da kann man ja auch ein bisschen derber sein als sonst. Und der Halbmeister vom Aschermittwoch, das ist bis heute der Franz Josef Strauß. Und er hat ja Wahlergebnisse von 60 Prozent eingefahren, weil er zum Beispiel am Aschermittwoch solche Sachen gesagt hat, wie ich bin Deutsch-Statsverwanderer von polangen totalen Gehorsagen. Oder er hat gesagt, ich bin lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Und ein bisschen in der Tradition von Franz Josef Strauß war auch unser André Kockenburg, wenn er ja nachher noch spricht, einige von uns, von euch waren vielleicht vor sechs Jahren beim Aschermittwoch 2018, wo der André Kockenburg seine berühmte Kameltreiberrede gehalten hat. Ihr erinnert euch vielleicht, er hat gesagt, ja, diese Kameltreiber, die sollen sich verziehen bis hinter den Postbeholfen nach Anatolien, wo sie ja auch einen Völkermord an der Arschbacke haben. Das war damals ein riesiger Skandal, aber ich habe mich amüsiert, weil ich habe dann unseren André in der Tradition von Franz Josef gesehen. Jetzt, mit sechs Jahren Abstand, muss man allerdings sagen, die Sache ist ein bisschen differenzierter. Denn ich habe wieder mal den Eindruck, die Türken hier sind gar nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem sind die Bierdeutschen, Antideutschen oder Antideutschen, Bierdeutschen, jedenfalls das Pakt, das uns regiert. Ich meine, man muss ja wirklich zu uns in der Türken sagen, da gibt es immer mehr, die auch die AfD wählen. Während die Antideutschen und Bierdeutschen, die uns regieren, die wollen die AfD und alle anderen verbieten. Und bei den Türken muss man sagen, dem ist Deutschland egal. Aber die Antideutschen, Bierdeutschen, die hassen Deutschland und wollen Deutschland vernichten. Das ist das größere Problem. Ich will nochmal an die Zeiten erinnern, wo es noch Sozialdemokraten waren. Also die SPD heute, wir sind ja keine Sozialdemokraten mehr und wir freuen uns ja immer, wenn Saskia Esken und ähnliche Leute im Fernsehen auftreten, dann geht es immer nochmal einen Prozentpunkt runter. Als die Sozis noch Sozialdemokraten waren, da hat der Willy Brandt mal gesagt, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Und mit diesem Wahlslogan hat Willy Brandt 1972 den größten Wahlerfolg für die SPD mit 45,7 Prozent reingeholt. Dieser flogende Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land und Willy Brandt, da würden die heutigen Jusos und SPD und Ampelfünzis ja alle sagen, das ist rechtlich schlecht. Ja, aber früher war das sozialdemokratisch. Und der Willy Brandt hat auch gesagt, vier oder fünf Flaschen Wein im Keller, das ist ziemlich wenig, aber vier oder fünf Flaschen im Regierungskabinett, das ist einfach zu viel. Applaus Und was wir auch begaben Applaus Applaus Nein, nein, ich will gar nicht stören. Nur damals ließen die Sozialdemokraten auch noch Jenny oder Ellenbühne. Heute heißen sie Nancy, Fäser oder Kevin, Brüder. Also Nancy und Kevin, die sind früher, die sitzen bleiben bei der Schulklassen. Applaus Also jedenfalls haben wir heute nicht nur vier oder fünf Flaschen im Regierungskabinett, sondern alle, alle. Und ich will mal einige der Personen, das sind ja leider für das vor allem auch Weizleute, die uns pionieren, nennen und euer Gerächtnis prüfen. Also es gibt da eine Frau, die hat gesagt, die Nazis haben die Frauenkirche in Dresden zerstört. Es war die Frau Göring Eckert, was meint ihr über sie? Applaus Oder es gibt eine Frau im Kabinett, die hat gesagt, wir sind im Krieg mit Russland, das ist die Avalina Merkel. Was denkt ihr über sie? Applaus Applaus Oder dann haben wir die Nancy Fäser, die die AfD verbieten will. Ausländereinkriebe nach einem halben Jahr, auch schon klar. Wir haben die Marie-Agris Strack-Zimmermann, man weiß nicht ob Mann oder Weib. Applaus Die, die die AfD gesagt hat, je größer der Haufen Scheiße, umso mehr Fliegen sind drauf. Was denken die hier über die Frau? Applaus Und wir haben aber auch eine im Kabinett, die haben wir viel zu wenig auf dem Schirm. Das ist die sogenannte Familienministerin, die heißt Lisa Paus. Applaus Und die hat beim Anti-Rechts-Gipfel bei der Pressekonferenz, wo ist man gesagt, da ging es darum, den Kampf gegen rechts zu intensivieren. Der hat gesagt, wir müssen uns jetzt verstärkt der Hasskriminelle, den Kriminalitätskriminellen, die auch, ich zitiere wörtlich, die auch unter der Strafbarkeitsgrenze vorkommen. Das heißt, diese Leute haben vor, uns auch zu verfolgen, wenn wir nicht straffällig werden, und das ist der neueste Clou im Regierungsprogramm gegen rechts. Eines der ersten Opter dieser neuen Hetzkampagne auf alle Oppositionen ist leider Gottes auch unser Magazin Kompakt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgetriegt haben, seit letzter Woche gibt es ein Verkaufsverbot gegen Kompakt seitens der großen Handelsketten. Das heißt, wir werden in sehr wichtigen Kiosken nicht mehr zum Verkauf angeboten. Damit wollen Sie uns kaputt machen, weil Sie wissen, wir sind in den letzten Jahren immer stärker geworden, vor allem auch im TV-Bereich, wo wir eine Million Zuschauer auf unseren Kanälen am Tag haben. Deswegen wollen Sie uns jetzt kaputt machen, indem Sie uns die Kiosken wegnehmen. Und da brauchen wir auch ein bisschen eure Hilfe, wie Geneser und Zuschauer. Wir müssen diesen Anschlag auf die Pressefreiheit zurückschlagen. Und weil wir jetzt sowieso Schwierigkeiten haben, unsere Hälfte im Kiosk zu bekommen, will ich euch herzlich einladen, die Kompakt-Magazin zu abonnieren. Und es geht auch heute schon, wenn ihr mal auf unserem Stand kommt, könnt ihr das Formular ausfüllen und bekommt gleich ein Geschenk dazu. Wir müssen diesen Angriff auf die Opposition und auf die Alternativmedien zurückschlagen. Und gemeinsam schaffen wir das. Ich bin aus allem optimistisch. Sie kommen nicht durch mit dem AfD-Verbot. Sie kommen nicht durch mit dem Grundrechteentzug gegen Björn Höcke. Und nach drei oder vier Wochen Antifa-Umzügen auf allen Straßen hat die AfD bei der Wahl in Berlin, wo es wahrlich für sie das schwierigste Pflaster ist, am letzten Sonntag sogar sagenhafte 5,7 Prozent zugelegt. Und für die Kirche habe ich auch, was der gute alte Alexander Gauland gesagt hat. Wir müssen sie jagen. Wir nehmen Ihnen ein Bürgermeisteramt nach dem anderen ab, ein Landratsamt nach dem anderen ab und im Herbst 2024 nehmen wir Ihnen eine Landesregierung nach der anderen ab, damit die patriotische Wende kommt und wir uns unser Land zurückholen. Alle gemeinsam zu sagen, sind wir stark. Vielen Dank. Danke. Bleibt mit diesem Standort, wie immer. Bleibt stehen, alle Mietlichkeiten zum Kreuz. Wir stehen gemeinsam Rücken an Rücken. Wir stehen gemeinsam Brust an Brust und werden den Knüppeln, die uns zwischen die Beine schmeißen, trotzdem werden wir rübersteigen und für uns beginnt jetzt unsere neue Zukunft. Wir leiten spätestens hier und heute eine Zeitenwende für Deutschland ein. Danke, Kompakt. Danke, Jürgen Elsässer. Bleibt so, wie ihr seid. Gleich unser nächster Redner ist auch ein Standhafter, der sich nie verbiegen hat lassen. Ich sage, dass ein Problem geht seit Jahren. Auch an den Widrigkeiten zum Kreuz, auch Parteiausschlüssen zum Kreuz, die wir hier alle nicht verstehen können. Denn es ist erst einer, der die Massen mobilisiert, der die Jugend mit heranzieht, der vor Deutschland steht wie kein anderer. Ich bin froh, dass er uns heute relativ kurzfristig endgültig zugesagt hat. Andreas Kalbitz steht hier unten. Andreas Kalbitz kommt aus Brandenburg und in Brandenburg geht ein Lied, das wir alle mögen. Und ich bitte euch noch mal aufzustehen. Tack, Kompakt. Das war's für heute. Andreas, schön, dass du da bist. Jetzt deine Rede. Für mich, wie immer, Andreas Kallwitz. Vielen Dank für die Freude, die wir haben. Es freut mich, hier zu sein. Danke auch für die Einladung wieder einmal unter normalen Menschen. Es tut gut. Im real existierenden Irrsinn-Sawo-Republik. Auch wenn wir draußen, ihr habt vielleicht rauslaufen gesehen, auf der anderen Straßenseite, dieses kleine, traurige Holzverein, der lebenden Opfer der realistischen Bildungskatastrophe, die dann demonstrieren, gegen sich selber, ja, am Runde, ja, die wollten sich selber abschaffen als Deutsche, da machen wir nicht mit. Liebe Mitstreiter, oder sollte man viel lieber sagen, liebe Mitleidende. Weil wir sind ja aktuell weniger ein Volk als eine Leidensgemeinschaft. Eine Leidensgemeinschaft, warum? Weil wir die unfähigste, deutschlandfeindlichste Bundesregierung haben aller Zeiten. Also es war ja oft schon schlimm. Aber eins hat sich auch bewahrheitet in der Politik in den letzten Jahren. Und es war ja auch immer, wenn man die Vorstellung hat, schlimmer kannst du mehr werden. Das ist eben falsch. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt noch für den Weg, und das Jahr ist ganz entscheidend, als, nicht nur als Stimmungsmesser, weil die Stimmung kippt überall in allen Bereichen. Warum? Dieser Start ist völlig dysfunktional geworden. Es funktioniert ja eigentlich nichts mehr. Ja, alleine der Umstand, wenn ich mit zweimal umsteigen, versuche, irgendeine Bahnstrecke zu bewältigen, und das klappt, dann ist das ja schon schon mal ein Rollo, quasi. Und diesen Zustand, den müssen wir beenden. Dafür muss es eine delikatische Regierung geben. Und dafür brauchen wir das Engagement von euch allen. Alles, was wir schaffen werden, werden wir gemeinsam schaffen. Und so sind ja auch viele Bewegungen entstanden, so ist ja auch die AfD mal entstanden, dass wir irgendwann in einem Punkt waren, dass wir gesagt haben, die können es nicht, dann machen wir es selber. Und wenn irgendjemand sagt, wir etablieren, das hört man ganz oft, die sagen, ja, das sind neuen Leute, denen fehlt ja die Erfahrung in der Politik. Da muss ich eines ganz klar sagen. Wenn der Zustand des Landes da draußen das Produkt der Erfahrung detailliert ist, dann kann man es gar nicht schlechter machen. Man kann es gar nicht schlechter machen. Deshalb rufe ich jeden auf, sich zu engagieren. Lasst euch aufstellen und geht bitte auch zu den Wahlen. Ich weiß, es gibt viele kritische Stimmen, die sagen, naja, es gibt ja auch einige Beispiele für so eine gewisse, ich nenne es mal Auszählungsakrobatik. Und es mag so sein. Aber die können aus 6 Prozent 4,9 machen. Aber nicht aus 35 oder 40 Prozent. Das werden sie nicht schaffen. Geht bitte wählen. Wählt eine Oppositionskraft, eine wirkliche Oppositionskraft, ganz egal, was es ist. Eine Nachricht habe ich auch noch an die, die jetzt gute Möglichkeiten haben, mit den Wahlen im September stärkste Kraft zu werden. Und ich mahne zu Vorsicht. Warum? Einige sind so umfrage Prognosen besoffen, dass sie vor Kraft schon nicht mehr laufen können. Und irgendwie heimlich im Kopf die Minister föstlich verteilen und die Selbstbezüge für den Blitzwagen aussuchen. Eines muss ganz klar sein. Es gibt keine Alternative im Etablieren. Die kann es nicht geben. Und es kann nicht darum gehen, möglichst schnell in Koalition zu gehen mit den Täterparteien, die dieses Land so weit gebracht haben. Und es geht nicht darum anzukommen. Wir brauchen eine wirkliche Alternative. Wir brauchen einen fundamentalen Paradigmen. Wechsel in dem Land funktioniert ja nichts mehr. Aber, und das sehen wir jetzt bei den Bauernprotesten, ich denke auch Bauernprotesten, ob das Handwerker sind, eben ganz normale Menschen. In diesem Land bewegt sich was. Es bewegt sich mehr, als es jemals vorher der Fall war. Und das macht mir Mut. Und was mir auch gut macht, ist, das wisst man ja auch in unserer Blütenpresse, ganz entblört, was mir auch gut macht, ist unsere Jugend. Unsere Jugend macht mir Mut. Warum? Wenn wir uns anschauen, die Zahlen der Erstwähler in Sachsen oder in Thüringen, da ist die Masse der Erstwähler und Jungwähler, wählen nationale Opposition, wählen AfD oder andere Parteien. Mit dieser Jugend ist gar nichts verloren. Mit dieser Jugend gemeinsam holen wir uns unser Land zurück. Und ich freue mich auch, dass es für viele junge Menschen auch wieder neuleutsch cool ist, rechts zu sein. Viele junge Menschen haben keine Lust mehr auf diese verschraubte Cheke-Waga-Romantik dieser ganzen versifften Alt-68er, die jetzt so langsam am politischen Ende entgegen sehen. Und das ist gut zu. Dieses Land ist kaputt existiert worden. Und wir sind der Gegenpol. Wir sind die, die dafür sorgen müssen, dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Diesen ganz nur real existierten Irrsinn, der kaum auszuhalten ist. Jeder kennt diese Beispiele. Das Land wollt euch noch mal zahlen. Weil wir reden über diese Millionen, die ausgegeben werden für alles Mögliche. Nur nicht für unser eigenes Volk. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wo wir auch ein ganz klares Signal setzen müssen, ist, wir wollen Frieden in Europa. Wir wollen keinen Krieg mit Russland. Jeder tote Russland, jeder tote Italiener ist ein Toter zu viel. Und deshalb müssen wir uns dieser Kriegstreiberei, die gerade abläuft, entgegenstellen. Wir erleben uns ja, da werden Träne gemacht über die Bunkerlinien im Osten. Die Rüstungsmusik reibt sich die Hände. Und diese ganzen Wehrdienstverweigerer, das ärgert mich als Ex-Soldat besonders, die unsere Kinder und die Kinder von anderen in den Krieg schicken wollen, denen muss man ganz klare Stoppzeichen setzen sagen. Wir machen das nicht mit. Wir wissen, dass die Amerikaner... Die Amerikaner werden bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Ja, das ist ganz klar. Die Waffen zahlen ja auch hier. Und für was die da kämpfen, da kann man sich auch bedanken, nur was man weiß, wie viele landwirtschaftliche Nutzfläche in der Ukraine Großkonzerne aus den USA gehören, und Sente und andere. Dieser stellvertretende Krieg muss beendet werden. Es wird keinen Frieden in Europa geben, ohne Frieden mit Russland. Und immer wenn Deutschland und Russland Frieden gelegt und geachtet haben, ging es Europa gut. Was für Bundeswehr jetzt in Zukunft eingesetzt wird für so einen Konflikt, das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Also wenn ich mir diese schlecht ausgerüstete Fußgackentruppe so ansehe, dann weiß ich genau, die sind im aktuellen Zustand, die besiegt waren von der Franken, vorher bei Moskaus. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Trotzdem... Trotzdem, das ist keine Überraschung, ist das extra da, wenn ich große Anhänger einer für die Landesverteidigung zur Landesverteidigung fähigen Streit machen. Und das brauchen wir auch viele, aber wir brauchen keine Interventionsarmee für fremde Interessen. Wir brauchen eine deutsche Bundeswehr für deutsche Interessen, für unsere Interessen in Europa und nicht irgendwo am Ende der Welt. Die Freiheit Deutschlands wird weder an Hindukusch verteidigt, noch an irgendwelchen ukrainischen Schützenkriegen. Und ich musste vom Schmunzeln vorher hören, wenn sie es vorhin erzählt, der Umstand, dass die Grünen heute ihren Aschermittwoch nicht abhalten konnten, weil die Bauern ihnen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich muss sagen, ich konnte mir, ich sage mich offen, zum schadenfrohes Schmunzeln nicht vergreifen, weil die Bauern haben eines schon längst gemerkt, wenn sie es besser wissen, in der Landwirtschaft bedeutet viel Scheiße viel Grün, in der Politik bedeutet viel Grün viel Scheiße. Da wurde es in das Land auch los. Und wenn ich mir diese Truppe da angucke, ob das diese, die überhaupt Fresströmen interessiert ist, eine völlig entmerkete CDU, ob das die unverantwortlichen Opfer von den Grünen sind, ob das dieser Arbeiter-Verräter-Verein, der Asozialdemokraten ist, die haben längst aufgehört, die Interessen unseres Volkes zu vertreten. Und deshalb müssen wir es jetzt selber übernehmen, wir müssen uns engagieren, wir müssen laut sein. Dieses Jahr wird knackig. Dieses Jahr wird richtig knackig werden, ihr kriegt das jetzt schon mit. Es läuft gerade an. Die rote Nancy will jetzt ein Demokratiefördergesetz beschließen, weiß ich, wer das mitbekommen hat. Das ist nichts anderes als neuer radikalen Erlass. Das bedeutet, die politische Opposition wird verfolgt, wird eingeschüchtert, es werden Geldfüße transparent gemacht. Das ist ja jetzt schon so. Wir legen ja im Land der real existierenden Berufsverbote. Weil jemand, der sich politisch, national engagiert, der braucht, brauche es nicht versuchen, um runterzukommen, mit deren falschen Orten das Haus kauft, hat er die sogenannte Zivilgesellschaft an der Backe. Weil diese sogenannte Zivilgesellschaft soll auch gestärkt werden, mit mehr Geldern. Bereits jetzt geht auf Umwege jedes Jahr über eine Milliarde, das sind 1.000 Millionen, in diesem sogenannten Kampf gegen Rechts. Damit werden am Schluss noch irgendwelche Antifakten subventioniert und welches Geistes Kind die sind. Das haben wir auf diesen Anti-HFD-Demos gesehen. Wenn da Plakate hochgehalten werden, wo drauf steht, AfD-Natur, da geht es nicht um demokratische Außerwahreretzung. Da geht es um die roten Blutfantasien von irgendwelchen Protagonisten, wo sie so eine Art Moskau-37-Leit haben wollen. Dem müssen wir auch entgegenstellen. Das Jahr wird heftig werden. Wir werden die nationale Opposition nicht nur politisch bekämpfen. Wir werden versuchen, uns zu kriminalisieren. Da wird dieses Jahr noch einiges kommen. Auch der Wahlkampf wird viel härter werden. Weil auch, wenn die etablierten Politiker keine sachpolitischen Mütungsprofis sind, Machterhaltungsprofis sind sie ganz sicher. Und die wollen einfach nie weg von diesen Köpfen, was soll denn der Hubert Habeck für eine Rikarder-Land machen, wenn sie nicht mehr in der Politik ist? Dann müssen sie ja anfangen zu arbeiten. Und was sie dann da machen, meine Aussichten sind auch verhalten bei mir. Ja, aber das ist nicht die Frage. Und deshalb müssen wir uns weiter engagieren. Wir müssen dieses Jahr verstehen, ob das mit den Wahlen im September kippt. Ich weiß es nicht. Warum? Die werden, das ist meine Einschätzung, die werden alles probieren. Nicht nur im Vorlauf der Wahlen. Die werden danach auch irgendwelche bunten Regenbogen, Konzentrationen, Koalitionen machen. Nur um die AfD zu verhindern. Aber danach kippt das Ganze. Und wenn es Neuwahlen gibt, kippt das Ganze. Da geht das Prinzip der deutsche Schraube nach fest, kommt ab. Und solche Veranstaltungen sind ja nicht nur gut, dass wir uns Dinge erzählen, von denen wir meistens gegenseitig nicht ganz überrascht sind. Sondern solche Veranstaltungen sind auch gut, um als Gemeinschaft sich zu finden, sich auszutauschen, sich zu bilden. Wir müssen für Burgen bauen. Wir müssen in der Zeit des Eigennutzes Burgen bauen des Gemeinsinns. Wir müssen uns gegenseitig, auch menschlich unterstützen, um Kraft zu sammeln für diesen Kampf, der unabhängig von welcher Organisation und welcher Partei hart werden wird. Und ich freue mich, was das Besondere an diesem Format, das ist eben nicht die Veranstaltung einer Partei, sondern hier arbeiten Kräfte zusammen, die sagen, wir werden vielleicht institutionell getrennt marschieren, aber inhaltlich gemeinsam schlagen. Das muss das Ziel sein. Und das halte ich auch nicht von irgendetwas Nazarides. Ich halte nichts davon, dass irgendwelche Leute glauben, man kann hier Fleischbietchen politische sammeln oder etablieren, indem man sie von irgendwelchen Leuten abgrenzt und irgendwelche Leute ausgrenzt. Die Stöckfischpringerei wird nicht selten, weil die anderen das Stöckchen irgendwann so hoch halten, dass man unweigerlich auf die Nase fällt. Das muss uns immer gegenwärtig sein. Bleib aufrecht. Bleib ehrlich. Bleib laut. Bleib deutsch. Und da holen wir uns gemeinsam dieses Land zurück. Und wir werden dieses Land wieder zu unserer Heimat machen. Wir werden aus dieser seelenlosen, ökosozialistischen Leben der Republik wieder nachmachen, dass das Wort Heimat verdient hat. Und dass ich meinen Kindern, das sind zwei Jungs, zwei Mädels, dass ich meinen Kindern übergebe mit dem Judengewissen, dass sie sich auch dabei um Heimat handeln. Das ist unsere Verantwortung. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Kampf. Vielen Dank. Andreas Kalbitz. Wie ihr euch kennt, war Herr Andreas. Patrioten halten zusammen, auch wenn die Stürme uns um die Nase wehen. Wir halten zusammen. Wir bleiben zusammen. Und wir lassen niemanden fallen. Das ist Kameradschaft, liebe Freunde. Und wir müssen Kameradschaft dem Land wieder vorlegen. Dieses Land braucht Kameradschaft. Dieses Land braucht Zusammenhalt gegen dieses Links-Grün-Versüchte, was in diesem Landelement der Sagen hält. Und wir würden das gemeinsam sagen, wenn wir zusammenhalten. Und auch bei uns geht natürlich die Zeit nicht so weit. Überall ist Frauentolge jetzt im Gespräch. Und natürlich sind wir auch angehalten, eine gewisse Frauentolge hier zu halten. Obwohl, das habe ich zu Hause mal gesagt, die Frau in der Politik entfasst nur gut ein. Das ist meine Meinung. Und deshalb, aber deshalb trotzdem, hatten wir vor uns schon die Steffi vom Kontakt. Und wir haben jetzt eine Rednerin, die hat sich heute in Schade geschmissen. Es ist eine Sachsen-Anhalterin, eine Sachsen-Anhaltnehmerin, die auch schon auf vielen Straßen... ...und wir wollen mit euch, ich bitte euch wieder aufzustellen, damit die müden Kinder einmal wieder in Bewegung kommen. Ich bitte euch aufzustellen, ich sehe hier schon die Schönheit an Sachsen-Anhaltnehmerin stehen. Und wir singen alle gemeinsam, frisch, fröhlich und frei, das Rennstein liebt. Und das ist eine Mehrheit für die Knie. Und wir haben jetzt die Jennie mit dir und die Knie. Und wir haben jetzt eine Frage zum Teil von der Knie. Also, ich habe einen Rennstück zum Teil, um sich in der Knie zu der Knie zu sein. Und wir haben ein Rennstück zum Teil, wo wir die Knie zu sein, dass wir Wienern Sleeping-Reisrit 예뻐kommen können. Und wir haben das Knie zu hören, das ist so ein Rennstück. Und wir haben wir uns bei uns bei der Knie zu Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss unbedingt reimen, meine Rede war fertig, aber jetzt kommt die Büttenrede im Reim vor. Scheich Christian schickte mir in Breiter eine Bütze schreiten, so ging es nicht weiter im Westen Deutschland aller Zeiten. So kam ich denn aus fernen Weiten des Herbstes schönem Regenschatten, auch uns bezeichnet man als Ratten. Ich dachte so ab in die Kutsche, bevor ich in den Trübsen rutsche und fand ein Musketiergewand, das ich auch wirklich passend fand. Denn einer für alle und alle für einen, vom Kind zum Kreis, vergessen wir keinen. Und auf der Reise durch die Gegend, da sah ich dann das ganze Elend. Ein wandelnder Altkleidcontainer, eine Frittenbude auf zwei Beinen, sitzt in Berlin im Irrenhaus und von uns Menschen kennt sie keinen. Die Durchschnittsrente weiß sie nicht. Es kann schließlich auch nicht ihre Sachen recht erziehen. Und auch wenn die Dirne holen, beim Stressgelager lässt sie es krachen. Es gibt nicht so viel mehr zu sagen aus ihrer grünen, dummen Welt. Doch, vielleicht könnte jemand mal erforschen, wie sich so lebt als Zwölfmann-Zelt. Auf meinem Moment, als Musketierin durchs schöne weite deutsche Land, ereilte mich so manche Nachricht. Auch die vom schönen Nordseesprand. Da sei der Weltbestfeministin im Ausland freilich, nicht im Lande. Das Volk bezahlt, ihr Visagisten, Unmassengeld. Es ist eine Schande. Die Falten können sie ihr nehmen und frisch zaubern ihre Knittrigkeit. Nur Würde nicht, die braucht Charakter. Sie kommt nicht von Erbärmlichkeit. Doch nun sei sie so ganz tief bohrend am Strand gesichtet worden. Das Stromproblem will sie dort lösen. Es gibt ja so viel Watt im Boden. Dort sah man auch Grinsen in die Nähe, der weinend auf der Fähre stand. Die rechten Bauern machten nichts, als war für böses Flatterwand. Man hörte ihn nach Mutti rufen, den kleinen grünen Heimathasser. Doch niemand wollte ihm wohl helfen, dem deutschen Steuergeldverpasser. Und auf dem Weg zurück zur Insel kam ihm der Traum vom deutschen Wald. Dann wird er eben den vernichten mit Windkraft hart. Und zwar ganz bald. Doch unsere Bauern schnauze voll. Durchschauken seine miefen Schwindel. Seitdem läuft er von Angst gelähmt mit dem Schisshaufen in der Windel. Auch Küchenschaben hätten Chancen. Denn mit Gehirn kommst du nicht weiter. Und so erklärte ein Blödheitsbeispiel die glitschige Karriereleiter. Man sah sie dann im Staatstv, wo sie von Nächsten verstopft und quatschte. Atomstrom sei der böse Feind und für die Wirtschaft eine Klatsche. Das Einzige, was man sich dachte, als man diesen Schwachsinn hörte, das war Gott, erbarme dich, Fortpflanzungsstopp für solch Gestörte. Und vor den Toren unserer Hauptstadt, da hörte ich Alarkelau. Da stand so ein rotbelübter Kerl, der sah fast aus wie eine Frau und in der Hand ganz kalt verschrumpelt, da hielt es einen großen Wesen. Darum fragte ich ganz ahnungslos, was machst du hier, du ekeliges Wesen? Ich sammle die Hülsen der Gewehrposition. Die bringe ich zu den Waffenschmieden. Sie werden in die Ukraine geschickt. Man braucht sie dort für unseren Frieden. Verliebe viel Geld, das braucht keiner Wissen. So habe ich schon immer die Leute verschissen. Doch dann erreichte ich Vorbunde direkt von den Volksverrätern in Berlin. Denn dieses Maschinengewehrgesicht, das ließe man nun weiterziehen. Nach Brüssel wird sie jetzt geschickt. Denn in Berlin, da will man sie nicht. Und ziehen musste ich so schreiben, denn deportieren sagt man ja nicht. Erstaunt hörte ich dann die Geschichte, dass Mielkes Zwingenschwester lebe und in gewohntem Bürgerhass sie durch den Bundestag nun schwebe. So sei ich dann auf meinem Wege im Platz, da wo ein Protest errichtet. Es war eine staatliche Kundgebung Thema. Wer uns kritisiert, der wird vernichtet. Und überall standen schon Sekten, Gläser und Siegesgesoffen bunte Armbände um. Da stand genattlich lächelnd die Fancy Laser. In Stasi-Manier schaute sie sich um. Und dann taugelte sie einen Schritt zu weit und fiel von der Bühne. Und dann, ach, tat mir das leid. Und weiterhin basteln sie hohe Leitern, denn sie wollen nach oben mit Doppelbüß. Was sie wohl vergessen in all den Waren, je höher hinauf, ist tiefer der Plus. Doch beweist das Umkehr bei Fancy's Traum, Hasskredigen, auch gern die Wahrheitsleugung. Besonders viel und intensiv feilen sie an freier Weidungsbeugung. Der flöstenfette Schweigelder bezahlt ganz klar von kleinen Mann. Doch alle finden sie zum Kotzen. Hackfress nennt sie. Da ändert auch deine Macht nichts dran. Und so kurz vorm Ziel bei Sammerhausen erzählte mir ein altes Weib. Er wäre unlängst dort gewesen, Herr von und zu Vergesslichkeit. Und einer der Personenschützer hat dann geredet, frank und frei, vom blauen Auge im letzten Sommer der Joggingunfallüberei. Denn was in Wirklichkeit geschah, sei so zu hilf und doch auch falsch. Bei dem Versuch, den Kopf zu ziehen, aus Bidens Präsidentenarsch, blieb an der Hänkung wieder hängen. Der kleine Ignorante Wicht, das sollte für die Augenblatt in seinem demnischen Gesicht. So wurde die Reihe so sehr beschwerlich, meist für mein Herz und auch die Seele. Und Montag hörte ich dann noch, man wollte ich nicht durch Reime quälen. Versucht hab ich's und wünsch gemüht es. Doch noch viel mehr wünsch ich von Herzen, dass alle hier zusammenstehen, um diesen Drecksmut auszuwerfen. Schau in den Saal hier, in diese wunderbare Runde. Da möchte ich raussteigen, er ist ein super froher Runde. Hier sitzen Deutschlands Patrioten in Berlin und Feminelle Vollidioten. Sie opfern unser Vaterland, zerstören unsere tiefen Wande. Doch wir stehen weiter Hand in Hand, bekämpfen diese Riesenschande. Sie werden sich nicht mehr lange halten, dieses korrupte Drecksgeschwader. Verzeiht mir, ja, Lachen ist gesund. Doch fließt mein Ahnenblut durch meine Adern. Deswegen hier zum Ende nun meine bequälte Seele spricht. Sie findet lang schon kein Beruf. Nur wegen euch sieht sie noch nicht. Die nächsten Redner warten schon, dann werden wir auch wieder lachen. Verzeiht, die letzten Worte mir. Denkt an die Schmunzler, lasst es krachen. Wir stehen gemeinsam hier vereint mit Hoffnung, Chancen, so viel Mut. Wir tragen uns durch alle Härten. Mit uns wird Deutschland wieder Mut. Mit dieser Frau, die ich im Gegenteil hier umgehe, mit dieser Frau bretten wir Menschen. Und das, die Frau breiten wir haben, kommt jetzt. Wir können ein paar Fragen geben. Danke. Danke. Und stell die Frau, die Frau breite. Wir können euch das erste Mal wieder treffen. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja wieder meine Frage. Zephi, Jus. Wenn wir mal besser hierher gehen. Danke. Vielen Dank. 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 Ja, Ja, Liebe, das ist der Wunderschmied, ja, das ist der Wunderschmied, der rumgedacht am Tisch entspricht. Alter, die Tera, alter die Tera, alter die Tera. Nach dem Land der Frau wird selber sehen, nach dem Land der Frau wird selber sehen, wir selber den Krieg haben, halt die Tera, alter die Tera, alter die Kultus, alter die Tera. Ich habe es aber nicht veranlasst, ich hatte das RTL veranlasst, den Ort des Geschehens zu verlassen. Und dann hat mich die Polizei gegriffen und hat mich weggejagst. Die versuchen... Nee, ich meine, draußen wurde eine Frau vom Thüringer Widerstand festgenommen. Ja, 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 ja. Also Handgriffenbrom, okay. Habe ich aber nicht veranlasst. Okay, gut. Die versuchen, die versuchen, ihre Macht auszuspielen, weil die genau wissen, die sind kurz vorm Ende. Das wissen die ganz genau. Jetzt sind sie wieder hatten. Entschuldige mir jetzt bitte die Nachfrage, aber du kennst dich damit aus, in der Uniform, nehme ich an. Diese Uniform ist von unserem ABV aus Zwölnitz und von seinem Sohn habe ich mir sie ausgebohlen. Also original? Das ist original, ja. Geil. Das erste Mal, dass ich in der ABV in echt sehe. Ja, ich war ja kein ABV. Ja, aber das auffällt. Ich wünschte, ich wünschte, dass unsere heutige Jugend, die Schreihäse von der Antifa, mal in der ABV kennenlernen sollten. So wie er zur DDR-Zeiten war. Da gab es noch Respekt. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Ja, das wollen wir noch heute mal aufmachen. Ja, aber in der Mitte wird es bloß ein bisschen schwer mit dem Ton. Gehen wir raus, wenn das so nicht in Ordnung ist. Gehen wir raus. Wir haben hier noch ganz viel ein bisschen gemacht. Das war für mich ein Ausliegenblöte für Freireite. Ich will euch noch mal hören. Ja, doch. Hier ist auf jeden Fall das Licht schon mal da. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben würden, wäre zumindest das Licht schon mal da. Ja? Hat das reichen? Sekunde. Stell dich mal bitte so hin, dass das Fenster dir frontal gegenübersteht. Ganz noch ein bisschen nach rechts von dir aus. Genau. Perfekt. Ich muss trotzdem noch mal eben umstellen. Jetzt haben wir es. Drinnen wäre das Setting zwar besser, aber bevor wir es heute komplett gar nicht hinbekommen, lieber so. Genau. Also, zweiter Anlauf. Wie heißt denn du? Herr Aber, beziehungsweise Simon. Simon Stein. Simon. Darf ich ihm Simon anstellen? Gerne, gerne. Du bist ein sympathischer Tipp, Simon. Perfekt. Okay. Also, Glück auf. Herr Gans, wir haben heute Peter Gans hier am politischen Aschermittwoch in Ronneburg. Und mir brennt eine Frage auf der Zunge. Was erwartest du vom politischen Jahr 2024, dass er noch relativ jung ist? Aha. Also, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, was ich jetzt vom politischen Jahr 2024 erwarte. Genau, genau. Okay. Lieber Simon, jetzt muss ich mal zuerst eines sagen. Ist das jetzt gerade ein Livestream? Das wäre leicht. Das wäre jetzt leicht? Ja. Nein, nein, nein. Das ist völlig in Ordnung. Weil da möchte ich jetzt ganz einfach mal dir ein Kompliment aussprechen. Das muss ich jetzt einfach mal sagen, dass man das draußen erfährt. Und aber auch, wie heißt der andere Junge? Weichheit. Genau. Weichheit. Weichheit, gell? Ihr habt es sensationell gemacht in Gera. Da muss ich wirklich sagen. Da bin ich auf euch aufmerksam geworden. Und darum freut mich das, dass ich jetzt hier vor der Kamera sprechen darf. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, lieber Simon. Was ich erwarte politisch vom Jahr 2024. Da muss ich erstmal vorweg schicken. Ich war bis jetzt eigentlich nie politisch wirklich interessiert. Ich habe eigentlich mit meiner Galerie bin ich eigentlich raus. Ich wollte nur eine Stimme für die Opfer sein. Und dann ging es aber los, dass man da die Meinungen gehört hat und da die Meinungen gehört hat. Dann wollten wir andere ihre Meinungen überstülpen in den westlichen Städten auch und so weiter. Und irgendwann haben wir mal gesagt, jetzt reicht es mir. Jetzt beziehe ich Position. Weil ich sympathisiere natürlich mit den Bodenständigen, mit den traditionellen Kräften. Ich sympathisiere mit denen, die Deutschland auch als Heimat lieben. Und da fühle ich mich hingezogen, weil das auch meinem Naturell entspricht. Und da bin ich auch zu den Thüringer gekommen. Und ich denke ganz einfach, dass dieses Jahr da etwas Großartiges bewirken wird, und zwar ausgehend von Thüringen. Ich denke in Thüringen, da wird in diesem Jahr, wenn es der Widerstand jetzt richtig macht, die werden dieses Jahr einen gewaltigen Erfolg feiern können, wenn man jetzt nicht alles daran setzt, dass man die ausbotet. Das ist meine einzigste Befürchtung. Aber ich habe Zuversicht und habe Vertrauen, dass die Thüringer das schaffen. Und das wäre der erste wichtige Schritt. Was würde danach folgen? Was würde danach folgen? Also, ich habe jetzt meine Glaskugel nicht dabei. Aber generell muss ich sagen, glaube ich persönlich, dass wir noch in Deutschland insgesamt viele Opfer zu beklagen haben. Simon, ihr müsst euch immer vor Augen halten, sie haben ja 70 Prozent der Bevölkerung durchgespritzt. Und diese Spritzen, wir wissen ja nicht, was da noch für dramatische Folgeschäden kommen. Und ich beschäftige mich ja jetzt seit drei Jahren damit. Ich mache auch immer die Hochrechnung. Ich habe ja auch diese Dunkelziffer bereinigte Hochrechnung. Und ich sage dir, Simon, es schaut nicht gut aus. Wir haben 11 Millionen Impfopfergeschädigte, über 160.000 Tote, circa 4,6 Millionen Schwerstimpfgeschädigte. Und wir wissen noch nicht, was kommt. Erst heute habe ich von der Katharina, das ist die Schwerimpfgeschädigte, haben wir telefoniert, wie sie wieder einen Freund von ihr, der ganz kurz vorm Sterben ist und von sämtlichen Krankenhäusern abgewiesen wird, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob der jetzt noch lebt. Also, da kriegen wir noch viele, da wird noch viel auf uns zukommen. Und ich glaube, dass die Zeit in unserem Land insgesamt den Hebel noch mehr rumreißen, da brauchen wir euch Junge. Weil wir Alten haben zu viel zugelassen. Und wir müssen, wenn, dann müssen wir alles auf den Kopf stellen, Simon. Da müssen wir alles auf den Kopf stellen. Ja, mehr kann ich da dazu nicht sagen. Okay, vielen lieben Dank. Und auch vor allem danke für deine Arbeit bei der Galerie des Crowns. Danke für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Und weiter zu sehen. Auf jeden Fall. So, nochmal ein großes Dankeschön. Das war jetzt schon der zweite Anlauf, weil wir vorhin. Das ging dann los. Dann können wir das Video weiterführen. Und ja, jetzt gehen wir wieder rein, nehme ich an. Ah, okay. Perfekt. Super Zeit, ne? Jo. Vielleicht Christian Klar nochmal. Das Schreiber hat man ja schon. Ich Develop. Ich bin bitter. Ich bin 이렇게νοen. Hurra! Liebe Freunde, es gibt ein Land, auf der Welt, das verschlossen ist, nicht mehr das zu tun, was ein anderes Land allen anderen Vorspeicher will. Seinen eigenen Weg zu gehen gegen Sanktionen und für die Menschen sein angelangt. Das ist Russland! Und dieses Land hängt zum Ausdruck, was ein Vorbild für viele andere ist. Auch China ist nicht bereit, sich den Amerikanern unterzuordnen, bedingungslos und zu tun, was diese Administration der USA von den anderen Ländern fordert. Es sind aber auch immer mehr Länder, die sich in der Briggs-Staten-Gemeinschaft zusammenfinden und die die Schnauze voll haben von dem Polonialismus. In Afrika befreien sich immer mehr Länder, zum Beispiel von dem französischen Polonialismus. Die Euro haben ihnen die Urlaub ausgebeutet. Viele Länder wollen diesen Weg nicht mehr mitmachen, sondern die Rohstoffe ihres Landes und die Kraft ihres Landes dafür nutzen, damit der Wohlstand im eigenen Land gesteigert wird und nicht in den imperialistischen Hauptzentren, die im Westen liegen. Putin hat vor wenigen Tagen ein Interview gegeben, das sehr lange war. Ich hab's mir am nächsten Tag auch angehört. Über zwei Stunden. Der Mann war hochkonzentriert und hat auf alle Fragen von Taka Basel eine Antwort gegeben. Im Westen wird das alles kaputt geschwiegen. Wir kennen doch unsere Presse. Aber dieses Interview war auch für die US-Öffentlichkeit bestimmt. Über 200 Millionen Menschen haben dieses Interview bisher gesehen. Und dieses Interview hat eine klare Botschaft. Russland ist bereit zu verhandeln. Ist bereit zu sprechen. Aber nicht über solch einen Unsinn wie in Zelensky verbreitet einen sogenannten Friedensplan. Die Russen sollen alle zurückgehen. Haben hohe Mut und vorgebracht, um die russischen Menschen in Donbass zu schützen. Und auch der Krim schützen. Das wird nicht passieren. Putin hat das Angebot gemacht. Lasst uns zurückgehen zu den Verhandlungen, die schon stattgefunden haben am Bosporus mit dem israelischen Ministerpräsidenten, wo Neutralität angeboten war. Und dort war Zelensky auch mit Putin, die sich schon einig waren. Die Russen ziehen ihre Truppen alle zurück. Aber dafür bleibt die Ukraine neutral. Keine NATO-Atomwaffen in die Ukraine. Keine Schwerenwaffen in Russland in die Ukraine. Und die Existenz der dortigen Separatistengebiete muss anerkannt werden. Und die Ukraine war bei Russland und sie wird immer bei Russland bleiben. Das Sterben der Menschen an dieser Front muss beendet werden. Wir wollen keine Toten Ukrainer. Wir wollen keine Toten Russen dort sehen. Wir wollen, dass Krieg einfach in Stichstatt gemacht wird. Die Bandera-Faschisten müssen ihr Unwesen in der Ukraine aufgeben. Wenn Frieden einkehren soll, dann muss eine Entmilitarisierung stattfinden. Und es muss auch die Verherrlichung von Nazi-Symbol werden. Überall in der Ukraine entstehen Denkmäler für Bandera. Kein Mensch braucht diesen dauernden Krieg. Und kein Mensch braucht die Nazis. Und auch nicht im grün-linken Band, wie sie heute Abend hier vor der Meierberne sind. Jetzt ein Unterschied. Hier ein Präsident, der weiß, was er will. Und dort ein Präsident in den USA, der gar nicht weiß, was er will. Und der überhaupt nicht aufklären will, was mit 19 Time Plans passiert ist. Ein Ja-Sager und ein Befehlsempfänger mit dem Namen Scholz. Der sich durch die Welt stolzt, von morgens bis abends. Und der, wenn in den USA auch gebraucht wird, um öffentlich zu bescheinigen, dass der Joe Biden nicht nur ein Sleepy Joe ist. Aber die ganze Welt weiß doch, dass es so ist. Wer regiert eigentlich im Weißen Haus? Wenn dort mal was Vernünftiges gemacht wird in den USA, dann muss man das unterstützen. Und auch wenn er ein Exzentriker ist, der Donald Trump. Aber eins hat er gesagt. Er will diesen Krieg schnellstmöglich beenden. Und das ist richtig. Aber wie sieht es in Deutschland aus? Wir haben einen wunderbaren Euro-Starfighter. Nummer eins. Und der heißt Herr Zimmermann. Die will ja immer noch für den Sieg kämpfen. Sie will die Luftüberlegenheit herstellen. Die stellt gar nichts her. Die ist eine reine Rüstungslobbyistin. Der nur Euro-Sophobie schürt und dafür sorgt, dass hier das Land wieder kriegstüchtig werden soll. Und das soll ein Verteidigungsminister sein? Der frontal gegen das Grundgesetz argumentiert und sagt, wir müssen in Deutschland wieder kriegstüchtig werden. In vier bis fünf Jahren wird Russland uns angreifen. Der Mann spinnt. Erst erfindet man die russische Gefahr. Dann rüstet man auf und macht die Auftragsbücher der amerikanischen Rüstungskonzerne voll. So war es immer im Imperialismus. Wenn man nicht weiter musste, hat man auf die Kase Kriege gesetzt. Und das wird diesmal nicht passieren. Die Völker dieser Welt müssen dagegen aufstehen. In der Unruhe muss klar werden. Den Kriegstreibern keine Chance. Und eins muss klar sein. Beide. Bergmann, Habeck. Und die anderen Versager in dieser Ampel. Der die grüne Welt. Der wählt den Krieg und nicht den Umweltschutz. Fallende Stimme mehr für diese Partei. Aber auch noch ein Wort zu den Bündnissen Sarah Wagenknecht. Leute, lasst euch keinen Sand in die Augen streuen. Warum wird dann jede Talkshow genutzt, um diese Partei aufzukämpfern? Weil sie dazu antreten soll, der AfD Stimme zu nehmen. Aber ich sage Ihnen auch etwas anderes. Die AfD ist nicht die Partei, wo alle glauben, die wird die große Wende bringen. Die große Wende in Deutschland wird nur kommen, wenn sie erkennt wird. Von den Menschen auf der Straße kommen werden. Wir müssen aktiv leben. Wir können nicht eine Minute nachlassen. Und wir müssen bei den nächsten Bundestagswahlen für eine hohe Wahlbeteiligung sorgen. alle, die hinter dieser Handball stehen, die die Menschen alle getäuscht und betrogen hat, die vor der Wahl von Frieden gesprochen hat, von allem Möglichen gesprochen hat, die den Menschen mit der Heizung, mit CO2 und dem ganzen Schwachsinn alles gelb aus der Tasche ziehen werden. Keine Stimme mehr für diese alten Politiker. Sie müssen alle abgewählt werden. Sie müssen alle abgewählt werden. Das Volk muss abstimmen. Und was fehlt uns zu einer echten Demokratie in Deutschland? Eine anständige, wahrheitsgemäße Presse, die untersucht, was wirklich in der Welt passiert, und die Menschen nicht anschwindeln von morgens bis abends, sondern mal die Augen öffnen. Denn jeder weiß, dass die USA die Pipelines gesprengt haben. Das weiß mittlerweile jeder. Und diese Presse fehlt uns. Und sie ist die Voraussetzung für Meinungsfreiheit. Und wir brauchen Volksabstimmungen. Nur wenn das Volk abstimmen kann über den Grundsatzfragen, dann machen wir die nächsten Wahlen zu einer großen Volksabstimmung. Wir bringen alles das, was die anderen kompott haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Robert Rade. Es ist schön, dich auch heute hier wieder zu haben. Und zunächst einmal immer steht hier unten schon parat. Es ist ein wahrer Widerstandskämpfer. Er bringt schon ab. Aber Frank, das hefte dir an. Du führst hier mit den freien Thüringern den Widerstand in Thüringen immer wieder. Du hast auf vieles verzichtet, um auf der Straße zu sein, um den Finger in die Wunden des Systems, ich möchte nicht sagen, des Regimes zu legen. Nein, du gibst den Bürgern in Thüringen, du gibst den Bürgern in Sachsen, du gibst den Bürgern in Deutschland eine Stimme, eine Kraft, und du lässt dich, wie alle anderen heute hier, von nichts und niemand aufhalten. Und das wehrt dich. Und ich möchte euren Beifall dazu jetzt hier. Und bitte, erhebt euch von dem Wenden. Denn das nächste Lied ist eigentlich dem Frank auf den Leib geschnitten. Das nächste Lied, was wir vor dem Spielen, ist eine heidliche Hügel des Erzgebirges. Aber die Ostküringer liegen ja nicht so weit weg vom Erzgebirge. Und ich weiß eins, dass das Thema des Liedes dem Frank aus dem Herzen und aus dem Geist spricht. Nämlich, Deutsch und frei wollen wir sein. Bitte, Herr Kabelreister. Und jetzt bitte, Herr Kabelreister. Hallo. Ein cranlich, die Ai-tschu und Kühe ist Schwer Und jetzt will ich mich hören! Und jetzt will ich mich hören! Bitte, bitte! Ich erinnere mich an unsere Veranstaltungen im letzten Jahr. Leute wie Dirk Rosenkanz, der Chef des Staatsschutzes hier in Gera, haben letztes Jahr verboten, dass hier Strieflingsschilder aufgestellt werden. Heute ist diese Halle mit Strieflingsschildern gefüllt. Und das nenne ich Kontrollverlust! Auch von mir ein herzliches Willkommen allen Patrioten ausnah und fern und herzlich willkommen Freunde der Freiheit! Mit unserer Veranstaltung kommt heute wieder ein starker Impuls hinaus ins Land. Thüringen und Sachsen setzen die Maßstäbe im Protest gegen den links-grün-regenbogenfarbenen Wahnsinn in unserem Land. Wir sind der Widerstand gegen die Diktatur auf deutschem Boden. Wir setzen die Maßstäbe im Widerstand gegen die Diktatur auf deutschem Boden. Das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Und auch heute heißt es wieder bei uns, Freie Sachsen und Freie Thüringen stehen fest zusammen! Mutige Menschen aus Osttüringer waren es, die am 29. August 2020 bei der großen Querdenker-Demo in Berlin mit ihren Strieflingsschildern die Hauptforderungen aller Demonstranten deutlich zum Ausdruck brachten. Die Verantwortlichen der katastrophalen Zustände in unserem Land müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Die Bilder von den Demonstranten mit den Strieflingsschildern gingen in den darauffolgenden Tagen durch die nationale und internationale Presse. Noch heute werden diese Bilder von den Staatsmedien immer mal wieder verwendet, um die Radikalität der Proteste darzustellen. Am 7. November 2020 durchbrachen mutige Thüringer nach einer Kundgebung der Querdenken-Bewegung die Polizeiketten am Hauptbahnhof in Leipzig. Die Patrioten aus Thüringen waren dabei und machten mit ihren Strieflingsschildern den Weg frei für tausende Demonstranten, die auf den Innenstadträgen strömten. Unsere Strieflingsschilder waren auch bei weiteren großen Demonstrationen dabei. Sie wurden am 18. November 2020 von den Wasserwerfern in Berlin ermisst. Oder wurden bei den Menschenjagden am 6. November 2021 in Leipzig teilweise zerstört. Liebe Freunde, das Austausch einiger Gestalten an den Schalthebeln der Macht in unserem Land machte einige Ergänzungen und Verschriftlingsschilder notwendig. Dabei gab es jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fakt ist jedoch, keine dieser Gestalten wird vergessen, unabhängig davon, ob sie aktuell ihre Rolle spielen oder nicht. Deshalb tragen wir auch Angela Merkel, den Strieflingsschilder immer noch mal wieder mit, heute auch hier oben zu sehen. Als Zerstörerin unseres Landes und unseres Volkes trägt sie die Hauptverantwortung für die Zustände in unserem Land. Mit dem Ende der Regierung der dunklen Kanzlerin kamen jedoch neue Darsteller auf die politische Bühne unseres Landes. Die dunklen Gestalten an den Schalthebeln der Macht sind austauschbare Marionetten globaler Kräfte. Mit der sogenannten Ampelregierung nahm die Zerstörung unseres Landes und die Abschaffung unseres Volkes eine beispiellose Dynamik auf. Deshalb wurden die Strieflingsschilder ergänzt und auch Akteure der Landespolitik in Thüringen und Sachsen fanden ihren verdienten Platz auf den Strieflingsschildern. Als sich der sogenannte Ministerpräsident von Thüringen und sein Innenminister und auch der Präsident des sogenannten Verfassungsschutzes auf den Strieflingsschildern erkannten, war wohl der Bogen überspannt. Diese Leute versuchten mit mehrfachen Beschlagnahmungen und Strafanzeigen das Tragen dieser Schilder zu verhindern. Nicht nur in Thüringen, sondern auch anderswo wurde versucht, diese Schilder zu verbieten. Nach einer Rechtsbeschwerde musste das Landgericht in Magdeburg in seiner umfangreichen Urteilsbegründung feststellen, dass diese Schilder im Rahmen der Freien Meinungsausbruch keinen Schmerztatbestand darstellen. Die Aufgabe aller Schilder wurde angeordnet. Leute, einige können sich vielleicht noch daran erinnern. In der Wendezeit 1989 wurden einige Funktionäre der Parteien und Staatsführer auf Schilder und Strieflingsschildern in den Städten der untergehenden DDR betragen. Wir tragen heute die Gestalten der Berliner Untergangsregierung und deren Basalen ebenso als Strieflinge auf unseren Schildern. Mit dieser klaren Ansage zeigen wir denen, wo sie hingehören. Nehmen wir Schilder Gitter! Wir danken heute allen Patrioten, die mit uns in all der Zeit Schulter an Schulter dieser Diktatur auf deutschem Boden die Stimme geboten haben. Wir danken allen mutigen Menschen, die trotz Polizeigewalt, Hausdurchsuchungen, Strafverfahren standhaft geblieben sind. Wir danken allen freiheitlichen Menschen, die mit uns zusammen Woche für Woche gegen die Zerstörung unseres Landes und gegen die Abschaffung unseres Volkes demonstrieren. Wir stehen fest zusammen für ein freies Thüringen, für ein freies Sachsen. Wir, die Patrioten, geben alles für Deutschland. Ich danke euch! Ich danke euch! Was soll ich zu unserem nächsten Redner jetzt hier noch ankündigen? Er hat 2018 die ehrenbaren Berufe der Kamelgreiber und die ehrenbaren Berufe der Kümmelhemper wieder salonfähig gemacht. Er hat dafür 246 Strachanzeiten erhalten, die alle im Sande verlaufen sind. Er hält den Rücken hin immer wieder, er packert Missstände auch in der AfD an. Und er lässt sich nicht verbiegen, wie alle Redner, die am heutigen Abend hier auf dieser Mühle gestanden haben. Aus Sachsen-Anhalt, ich denke viele von euch waren schon auf seinem Rednerbut in Nöbetitz und haben mit uns das Sommerfest, wird auch das Oktoberfest schon gefeiert, was Ende Juli dieses Jahres in Verbindung mit Kontakt dort auch wieder stattfinden wird. Er ist der Kopf des Netzwerkes Aufbruch. Ein Netzwerk, was die Partei, was alle für Deutschland lebenden Menschen zusammenführt, welches ihnen eine Plattform bietet, egal ob Partei oder nicht Partei. Wir brauchen eine Plattform, von der aus wir arbeiten und agieren wollen. Hier oben steht André Pockenburg und Peter Hacker-Köllmeister. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein mitteldeutscher politischer Aschermittwoch. Und ich glaube, wir können sagen, das ist eine grandiose Veranstaltung. Aber eine grandiose Veranstaltung ist immer nur so grandios wie seine Gäste, so grandios wie ihr. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Unterstützung heute. Liebe Freunde, wir heißen es in Volkes Munde so schön. Was der Bauer nicht kennt, wisst er nicht. Auf harten Winters Zuchten folgt gute Sommerfurt. Der Februar muss stürmen und glasen, soll das Vieh im Lente glasen. Liebe Freunde, solche und ähnliche Bauernregeln, Bauernweisheiten kennt sicherlich jeder von euch. Und manchmal wirken sie vielleicht etwas schlicht. Aber ich kann euch versichern, diese Bauernweisheiten wurden aus jahrhundertelanger Arbeit und Erfahrung geboren und beinhalten unendlich mehr Wissen und Verstand, als es die Hampelmänner, Hampelfrauen und Hampeltransen dieser Hampelregierung jemals haben werden. Nicht umsonst kam letztens eine neue Bauernweisheit hinzu, die da heißt, jede Baustellenampel ist nützlicher und intelligenter als unsere Regierungsampel. Das sollten wir uns merken. Liebe Freunde, nun war das ewig schwarze Schreckgespenst, diese laufende Mumie auf grünen Abwägen, die ihre politische Agenda schneller wechselte, als ein Hase Hagen sterben kann, endlich weg. Da kracht die uns ihre elende politische Nachgeburt auf den Mitteltisch, den roten Gollern. Dessen urmartige, muss ich sagen, urmartige Rückwaltlosigkeit nur noch von seiner grenzenlosen Vergeltlichkeit übertroffen wird. Und während man im Fall der schwarzen Eitel immer noch hoffte, zu hoffen warte, dass es vielleicht noch irgendwann einmal besser wird, hofft man heute nur noch, dass es bitte, bitte nicht noch schlimmer wird. Ja, das ist eben deutsche, boge Politik im rot-grünen Zeitgeist und muss endlich ein Ende haben. Notfalls, ganz nach Thomas Münzer, auch ein Ende mit Knall und Rauch. Denn lieber ein Ende mit Schrecken, lieber ein Ende mit Schrecken, als dieser Schrecken ohne Ende, liebe Freunde. Die in ihrem äußerst bescheidenen Selbstverständnis unangefochtene Koryphäe deutscher feministischer Außenpolitik, kennt sie alle, Annalena Baerbock, äußerte sich in einem ZDF-Interview letzten November, ganz interessant, folgendermaßen. Zitat, sie sagte das wirklich, ich zweifle immer wieder, aber wer nicht zweifelt, der ist entweder ideologisch verbohrt oder hat keine Selbstreflexion. Zitat Ende, das muss man von dieser Frau erst mal sacken lassen. Also, höchstverehrtes Bärböckchen, Traum aller diplomatischen Gesprächspartner, wer kann denn Ihre Zweifel am eigenen Handeln besser verstehen als wir? Allerdings, Frau Werner, können wir Ihnen auch mit Brief und Siegel bescheinigen, versichern. Gerade Sie sind ideologisch verbohrt, Sie haben keine Selbstreflexion und Sie sind zudem nichts weiter als eine furchtbar blöde, armselige Marionette transatlantischer Herren und eine solche Schande und Blamage für unser Land, dass wir uns noch Jahrzehnte nach Ihrem Sturz vor aller Welt rechtfertigen und schämen müssen. Und der Begriff, einen Bärböck geschossen zu haben, wird zukünftig ein Synonym sein dafür, für ein totales Versagen und Volksverrat in einem politischen Amt. Frau Bärböck, Sie gehen wahrlich in die Geschichte ein. Selbstverständlich mit reichlichem und wohlverdienendem Spott und als abschreckendes Beispiel. Die Bilanzleute, ich möchte und muss an dieser Stelle auch unbedingt darauf hinweisen, dass unsere heutige kleine Veranstaltung hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, möchte ich sagen, korrektiv belauscht und in den Systemmedien entsprechend propagandistisch als weitere geheime Deportationskonferenz, Achtung, das Wort Deportation ist jetzt hier tatsächlich aufgefallen, spätestens, mindestens, hetzerisch vermarktet wird. Aber ganz ehrlich, liebe Freunde, haben wir etwa Angst vor dem, was in deutschen Staats- und Systemmedien an Schimpf und Schande, an ideologischem Schund verbreitet wird? Ganz klar, nein! Ich lehne mich etwas aus dem Fenster und behaupte mal frei heraus, für das entsetzliche, medial schmierende Argo, was ein sogenanntes Redaktions- in Wahrheit Lügennetzwerk korrektiv, in direktem Schunderschluss mit dem roten Innenministerium, unter Antifa-Tante Nancy Faeser, im sogenannten Verfassungs- in Wahrheit Obrigkeitsschutz und der systemgetreue, systemhörige Medienjournal, über ein sogenanntes faschistisches Geheimtreffen, eine Wannsee-Konferenz 2.0 usw. veranstaltet haben, wäre es nicht sogar ein schwarzer Kanal unter Karl-Edward von Schnitzler viel, viel zu schade gewesen. Denn solch einen schwachsinnigen Mord kann wirklich nur ein entartetes Lumpenproletariat ihres Schlages produzieren, dessen Standbaum wohl deutlich kleiner sein muss als das bekannte, winzige, singende, singende Bäumchen. Gestern, liebe Freunde, verbündete hier der Staatsfunk vollmündig und stolz, dass unsere erlaubte Obrigkeit mit dem Kampf gegen Recht noch eine, Zitat, Schippe drauflegen will. So wurde es zumindest auf einer Pressekonferenz von Haltenbaum, Feser und Konsorten im Brustton totaler moralischer Überlegenheit verkündet. Antifa Feser will dabei, Zitat, bei Rechtsextremen jeden Stein umdrehen, Zitat Ende. Das kann man bei dieser linksextremen, grüngesetzfernen Bagage ruhig als wörtliche Drohung gegen all jene Bürger auffassen, die es noch wagen, selbst zu denken. Besonders erschreckend, liebe Freunde, in den Lavenau war dabei eine ernstgemeinde Äußerung von Obrigkeitsschutzpräsident Haltenbaum, der meinte doch tatsächlich, dass man beim Kampf gegen Rechtsextremismus nicht so sehr auf, Zitat, Gewaltbereitschaft schauen sollte, denn es ginge heutzutage vermehrt um verbale und mentale Grenzverschiebungen. Mein Gott, was für ein peinliches Gestande, Herr Haltenbaum! Herr Haltenbaum, selbstverständlich können Sie bei Ihrem Kampf gegen Extremismus den Fokus nicht auf Gewaltbereitschaft legen, denn sonst müssen Sie sich hervorragend um fanatischen Islamismus und militanten Linksextremismus kümmern und hätten gar keine Zeit mehr für die ganz, ganz bösen, aber eben weniger gewaltbereiten Rechtsextremisten. Und das wäre jetzt mal gar nicht, denn im heutigen BRD-Regime gilt nun mal mehr denn je, dass nichts sein kann, was nicht sein darf, liebe Freunde! Und noch mal ganz deutlich an die vaterlandslose Bagage dort oben, wer die freiheitliche Demokratie mit Sprach- und Meinungsdiktaten, mit Partei- und Gesinnungsverbote, mit Drohungen und Inhaftierungen verteidigen will, der ist nicht nur extrem geistensschwach, sondern ein verdorbenes Charakterschwein! Die allermeisten Bürger wissen ja mittlerweile, andere lernen eher langsam und gemächlich dazu, auch immerhin, dass wir längst nicht mehr in einem freiheitlichen Rechtsstaat, sondern in einem ideologischen Nichtstaat leben und dass nicht diejenigen unzufriedenen, protestierenden Bürger eine Gefahr für die wohlklingende, freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen, die heute per Umschlag als rechtsextremistisch oder gleich Nazis unkünftig werden, sondern vielmehr die selbsternannten Demokraten, gut und besser Menschen, die zumeist ungelehrt, ungebildet, oft genauso unattraktiv und unsympathisch, manche würden sagen, einfach dumm und hässlich, aktuell auf den Regierungsbänken nur und das Land zielstrebig nach links unten in den verzeckten, unverzeckten Abgrund führen. All diese Gestalten sind die wirkliche Gefahr für Land und Volk, für Freiheit und Demokratie, für Frieden und Sicherheit und es kann doch eigentlich nur eine logische Antwort darauf geben, liebe Freunde. Es gibt nur eine Antwort darauf. Liebe Freunde, spitze Missgaben mit Schwung in die gegenseitig ungeleckten Regierungskirche. Nichts anderes hilft da mehr. Liebe Freunde, liebe Kameraden, liebe Bürger, Bauer und Handwerker, kleine und mittelständische, alle unzufrieden, alle Protestierenden sind gemeint. Wir sehen uns auf der Straße wieder, denn wir müssen es zu Ende bringen. Die Ampel muss weg! 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 Und wenn wir all das, was den Menschen, den Bürgern dieses Landes, vor allem den Kindern, vor allem den Alten, in den letzten Jahren angetan wurden, wenn wir all das wirklich mal verurteilen und sühnen wollen, dann brauchen wir jede Menge gut funktionierende Volksberichte und Arbeitslager. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir hatten einen Patrioten, auch auf der Rednerliste, der hat uns zugesagt, es hat ihn stark gefreut, dass er heute hier bei uns hätte reden sollen. Er ist in allen Medien in den letzten Wochen verdreht gewesen, weil er ja angeblich zu Deportationen in Potsdam aufgerufen hat, was ja alles nachweislich nicht stimmt. Er hat dort gesprochen über die Rückführung von Ausländern, die hier laut Gesetz nichts zu suchen haben. Wir stehen zu Martin Selmer, wir stehen zu ihm, er ist ein Kamerad und auch ihn werden wir niemals fallen lassen, liebe Freunde. Leider hat ihn am Wochenende, ab Sonntag eine schwere Erkennung gegriffen, er kriegt kaum ein Wort raus und er hat es aber nicht versäumt. Er soll ein kleines Video aufzunehmen, über Kompakt das zuzuspielen, wir sehen ihn hier schon auf der Leinwand und er wird heute im Geiste bei uns sein. Er wird in Wort und Bild bei uns sein und beim nächsten Mal, bei der nächsten Gelegenheit auch wieder persönlich bei uns sein und hier mit uns den Widerstand voranzubringen. Martin Selmer, ein herzliches Dankeschön schon mal, einen Applaus für deine Arbeit, die du über Jahre aufgeleistet hast. Wir stehen bald hier, Martin Selmer. Und wir haben ein Lied von ihm, nicht von ihm, von Melissa Raschenberg, was ihm eigentlich aus dem Herzen als Österreicher spricht. Es spricht von Kameradschaft, es spricht von Zusammenhalt und es spricht von Unbeugsamkeit. Bitte, Herr Kapellmeister, das Lied. Vielen Dank. 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 Ciao. 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 Herr Pockenburg. Wir sind heute hier am politischen Aschermittwoch in Rondheim. Bonneburg. Und meine Frage auch speziell zu Ihrer Rede, die ja sehr patriotisch ist. Was erwarten Sie von diesem Jahr auf der politischen Ebene? Also ich will nicht gleich von dem kompletten Wandel im Lande sprechen, den werden wir in diesem Jahr auch noch nicht hinbekommen. Aber zumindest eine deutliche Verschiebung. Man merkt ja auch schon an der Reaktion der Obrigkeit, die schon nach etwas so den Anschein des Beißens eines weitbunden Tieres hat, dass man dort oben weiß, es könnte zu Ende gehen mit der Regierungszeit. Die Forderung Ampel muss weg wird immer lauter und vielleicht kriegen wir zumindest in diesem Jahr bei einigen Landtagswahlen, wissen wir ja, die steht an, Europawahl steht an, vielleicht ein paar ganz neue Ergebnisse auch fürs konservative rechte Lager. Wie wichtig ist die EU-Ebene für nationale Entscheidungen oder um hier voranzukommen? Ist wichtig, sie dürfte eigentlich gar nicht so wichtig sein, aber sie ist wichtig, weil eben die EU, ich muss sagen, dieses EU-Monstrum mittlerweile eben in nationale Angelegenheit in einer Art und Weise hineinregiert, dass es zum Schluss jeden einzelnen Bürger betrifft. Und gerade das ist das Problem, dass man das zugelassen hat, dass das so funktioniert, bringt eben die Leute auf die Palme. Sie fühlen sich bevormundet von der Zentralregierung in Brüssel und dadurch wächst der Unmut gegen die EU, neben vielen anderen Punkten natürlich. Ja, da wir ja auch realistisch denken müssen in den heutigen Zeiten, wie realistisch ist es, dass wir durch unsere Brüssel-Mandate, die Souveränität, welche wir abgegeben haben, dass wir dort was ändern können und die im besten Fall wiedererlangen? Also durch Mandate Deutschlands oder patriotischer, deutscher Partei ist die Frage jetzt? Ähm, generell die Mandate, die die Bundesrepublik entsenden kann. Ja. Wie realistisch ist es dadurch, etwas zu bewirken? Äh, dann sagen wir mal, es ist in dem Sinne realistisch, dass ja schon einiges bewirkt wurde, nur in negativer Richtung. Das ist das Problem, ja. Das heißt, gerade die deutsche Bundesregierung hat ja dann eben auch mit ihren Mandaten, die sie in Brüssel auch hat, die deutschen Parteien zumindest, haben hier eben viel Schaden angerichtet. Wir haben eben zum Schluss dann verschiedene Stimmen aus Deutschland. Wir haben die Altparteien-Mandate in der EU, die ja diese EU vorantreiben, die auch die Gängelung des eigenen deutschen Staates vorantreiben durch die EU. Und wir haben die Mandate der konservativen Parteien und die steuern eben entgegen. Da wird im Grunde im Moment noch kein großer Umbruch zu erwarten sein. Es sind im Grunde genommen Zeichensetzungen, die passieren müssen. Ähm, der Widerstand in Thüringen und Sachsen gleicht sich ja ein wenig, was den Straßenprotest betrifft. Und die Parlamente sind ja schon auch mit AfD-Mandatsträgern besetzt. Ja. Nun haben ja die Wahlen im Juni und auch noch September, aber die Landtagswahlen lasse ich jetzt mal weg. Ähm, welche Macht oder welche Stärkung des Widerstandes, ähm, ordnen Sie durch weitere, ähm, ja, Politiker in der kommunalen Ebene zu? Also wir haben, sie haben richtig einmal die Kommunalwahlen, die ja wirklich nahezu bundesweit stattfinden, ja. Und, äh, da ist es natürlich wichtig, dass in den kommunalen Gremien, da wo man eben noch am weitesten, am nähesten am Bürger ist, eben auch wirklich viele Mandate besetzt werden durch Leute, die eben auch Politik fürs Volk aus dem Volk machen wollen. Das machen die meisten der Altparteien eben leider nicht mehr. Ganz einfach. Dann haben wir die Landtagswahlen, die ja anstehen, hier gerade in Mitteldeutschland, ja, Thüringen ist klar, wir haben Brandenburg, wir haben Sachsen, da werden zumindestens bisher sehr hohe Ergebnisse für die AfD vorausgesagt. Jetzt haben wir natürlich auch noch andere Parteien, die Maaßen will eine Partei gründen, oder hat es schon getan, äh, Sacher Wagenknecht, zwar auf einem anderen politischen Lager, aber trotzdem mit vielen Schnittmengen will eine Partei gründen. Wir haben natürlich auch die Freien Sachsen in Sachsen schon als Partei. Ich würde mir sehr wünschen, wenn die auch mit ins Parlament kämen. Und alleine die Ergebnisse, die Umfragewerte, die wir jetzt haben, führen ja schon dazu, dass die Obrigkeit ein wenig zittert. Und ich glaube, es ist möglich, dass wir zum ersten Mal es erleben, dass eine, ich sag mal, Partei rechts neben der CDU stärkste Kraft in einem Land wird im Parlament. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, Sie hatten jetzt ja anderen Parteien angesprochen, die sich mitgegründet haben oder mitgründen werden noch. Sagen Sie dort, Konkurrenz belebt das Geschäft oder ist es eher, ja, schadet es? Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr Unternehmer, Selbstständiger. Ich sage natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es gibt da verschiedene Meinungen dazu, ist völlig klar. Viele sagen, nein, es muss sich alles konzentrieren auf eine Partei. Das sehe ich nicht so. Denn wenn wir auf die linke Seite schauen, machen die es uns ja vor. Auf der linken Seite haben wir wirklich von links außen, ich meine linksextrem, bis gemäßigt links, also Union, viele Parteien vertreten. Die schieben sich oft auch die Bälle hin und her. Und es kann ja nicht sein, dass die ganze rechte Seite durch eine Partei ausgefüllt werden soll. Das wird nicht funktionieren. Ich wünsche der AfD wirklich ein gutes, starkes Ergebnis. Ich wünsche mir aber noch mehr, dass auch andere konservative rechte Parteien mit antreten und auch in die Parlamente kommen. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine parlamentarische Mehrheit, um eben regieren zu können und nicht nur oppositionell tätig zu sein oder weiterhin zu bleiben oder zu werden. Ja, richtig. Sagen Sie jetzt zum Beispiel bei der Möglichkeit, dass die AfD mit der CDU oder andersrum eine Koalition bilden könnte. Sagen Sie dort, die CDU sind Täter, Täterparteien, oder ist es ein Way to go? Also wäre es eine Möglichkeit, was zu ändern? Das ist eine ganz große Zwickmüte, die Sie ansprechen. Es ist natürlich so, dass die Union CDU und CSU mitverantwortlich ist für all das, was wir hier im Land erleben. Auch wenn sie nicht jedes Einzelne mit auf den Weg gebracht hat, so hat sie, allen voran Angela Merkel, ja wirklich auf grünen Abwägen, ich habe es in meiner Rede gesagt, Tür und Tor geöffnet für rot-grüne Spinnereien im Land. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen, Mitglieder in der CDU, auch unzufrieden damit waren. Und für mich gibt es da eine ganz einfache Rechenaufgabe. Die AfD kann und soll ruhig mit der CDU koalieren, wenn die AfD die stärkere Kraft ist. Also als Seniorpartner und nur dann. Okay, vielen lieben Dank. Sehr gern. Das Mikrofon noch? Ich habe das in der Sammlung, wissen Sie. Das wäre an sich in Ordnung. Das ist gar nicht in Ordnung. Danke. Max, hey. Na du? Du bist jetzt der Schatten. Ja, ich würde noch eben mal Christian Klar aufsuchen wollen. Ich gebe mir Mühe, mich zu beeilen. Ach, Jürgen Elsässer wollte ich ja auch nochmal. Jürgen Elsässer ist doch wichtig, ja, ist Christian Klar. Kleinen Moment, ich muss noch mal eben kurz den Ton ausstellen. Und dann sind wir wieder am Start. Und dann sind wir wieder am Start. So, Jürgen Elsässer möchte ich eben nicht. Das ist legitim. Jetzt suche ich Christian Klar. Wo haben wir den Christian? Entschuldigung. Hast du kurz? Nur jetzt? Ja. Alle Bilder. Komm, Bastian. Ich finde, ob du hier zu der Garmel bist. Wir wollen nicht nach Hause rauskommen. Doch wenn wir die Achtenfall, doch der Friede wird mitfall. Hält uns die Geschwissen rüber in die Hand. Okay, ich gebe dir mal das Mikro. Die hatte ich vorhin schon. Ja, schön, dass du sie alle hattest. Ja, außer Herr Elsässer, den hatte ich jetzt nicht. Ich bin gleich so rein. Wenn wir jetzt schon umgegenschen können wir noch ja beginnen. Da regnet es so. Wegen des Tons, nur, meine ich. Genau, da haben wir noch ein... Ja, aber das ist schön. Hätte ich zwei in der Tasche, aber ich kann es halt nirgends voranmachen. Wir haben ihn sofort im Gespräch. Tschüss. Später mal mitnehmen. Ja, du hast noch mal eben live. So, und jetzt starten. Okay, ich würde einmal was zur Veranstaltung und dann noch zur politischen Ebene dieses Jahr. So, wir sind live. Hallo, hallo. Jetzt endlich mal Zeit für euch zwei. Ja, Herr Klar, sind Sie zufrieden mit dem heutigen Abend? Ja, ich bin zufrieden. Es war wieder mal eine schöne Veranstaltung in Gera. Mir gefallen alle Veranstaltungen in Gera. Es waren zwar ein paar weniger Leute als erwartet, aber Martin Sellner hat einen Tag vorher abgesagt. Abends hat er die Videobotschaft geschickt, dass er schwer krank ist. Und ja, was sehr schade ist, weil viele haben sich auf ihn gefreut. Es sind noch ein paar Leute deswegen nicht gekommen, die eine weitere Anreise gehabt hätten, was ich dann teilweise auch verstehe. Aber ich sag mal, wir hatten 700 Leute in der Halle. Das, denke ich mal, spricht trotzdem für sich, wenn man guckt. Die Grünen haben heute ihren Aschermittwoch abgesagt, weil sie Angst vor Randale hatten. Also wir hatten auch Angst vor Randale, aber wir sagen nichts ab. Der schwarze Mob da drüben, die 100 Witzfiguren. Man hat es ja gesehen, du hast es, glaube ich, gefilmt, wie Max Schreiber im Salafistenkostüm dort im Haufen war. Mich haben sie weggeschickt. Leider, die Polizei war das Gefahrenpotenzial so groß. Aber naja. Aber sonst schöne Veranstaltung. Es läuft ja jetzt noch ein bisschen. Wir lassen jetzt den Abend ausklingen wie jedes Jahr. Schönes Feuerwerk hatten wir. Es gab wieder hässliche Schikanen von der Polizei. Aber ansonsten war alles sehr, sehr schön. Von einem Geheimtreffen wird man heute wahrscheinlich nicht reden können. Ja, da konnte man eigentlich alles wieder live übertragen. Trotzdem wird es wieder Stimmen geben, die sagen, dass es hier ein Treffen von Rechtsradikalen und Neonazis gewesen ist. Ihr habt es heute mitgekriegt. Ich muss Max Schuss sagen, ich bin nicht der Salafist, ich bin Rechtsextremist. Genau, so ist es. Wir sind die beiden ehrenamtlichen Abschiebehelfer des Abends. Und wir werden diese Sache auch umsetzen. Wir haben viele, viele Ziele für dieses Jahr. Und werden auch gemeinsam einiges anpacken. Max, komm gut nach Hause, mein Freund. Freie Thüringen und Freie Sachsen stehen fest zusammen. Ja, dann dein Kostüm hat mich heute, bzw. euer Kostüm hat mich heute wirklich aus allen Socken gehauen. Das hätte ich ja niemals gedacht. Aber er sah wirklich aus wie Pierre Vogel. Es gab heute jemand, der hat zu ihm gesagt, er möchte mit ihm nicht reden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ist auch kulturelle Aneignung. Wir träumen nachts von sowas. Ja, aber wir sind dem Ganzen ja nicht abgeneigt. Wir versuchen, den fremden Kulturen mal zu beschnuppern, ob uns das gefallen würde. Wir sind zu dem Entschluss gekommen. Nein, das gefällt uns nicht. Nein, weil wir heute nicht essen können. Ja, aber ich hatte auch extra Grillkäse da. Werdet ihr das nächstes Jahr wieder ausrichten? Ja. Diesmal vielleicht mit Martin Sellner wirklich? Wie gesagt, er hat ja gesagt, dass er jetzt einen Ausweichtermin und dass er kommen will. Wir hoffen es. Wir wünschen ihm gute Besserung. Perfekte Überleitung. Nächstes Jahr nochmal ausrichten. Glück auf, Leute. Es gab im Vorhinein hier Probleme oder ja doch zwecks der Halle, des Meetings. Ja, aber nächstes Jahr wird es ja definitiv eine andere Bürgermeisterin hier geben, obwohl die uns nicht unbedingt negativ gesinnt war. Sie hat zwar versucht, den Vertrag zu kündigen. Aber es hat nächstes Jahr definitiv eine andere politische Richtung hier im Land. Beziehungsweise wird es einen Regierungswechsel geben. Wie genau der ausfällt, in welche Richtung er genau geht, wissen wir doch nicht. Aber nächstes Jahr sollte in Gera das Kuck das Ziel sein. Da passen noch mehr Leute rein, das ist noch viel schöner. Und wenn die AfD wirklich die Macht hat, dann sollte das doch kein Problem sein. Könntest du vielleicht noch sagen, wie du zu Colette gekommen bist? Wie ist da die Verbindung entstanden? Das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht. Das ist schon länger und hat, ich will jetzt nicht sagen intime Hintergründe, aber geheime Hintergründe. Aber der läuft schon eine ganze Weile. Viele Herzen sind gerade gebrochen. Und das ist hier aber auch nicht anders. Ihr seid zwar warm und brüderlich, aber warme Brüder seid ihr auch? Sicherlich nicht. Weil uns das unsere Religion verbietet. Alles klar. So Colette, was sind deine Worte noch zu heute? Genau, noch zwei Sachen richtig abzuklären. Vorhin war ein kleiner Zwischenfall, wo eine Frau ... Widerliche Maßnahme. Unsere Nadine wurde das Handy beschlagen. Genau wie wir vor vier Tagen, weil sie Fotos von den Polizisten gemacht hat. Heute war ein widerliches Polizeiaufgebot. Jetzt die Polizisten, die jetzt da sind, das sind ordentliche, die tun uns nicht penetrieren. Oder irgendwo. Es sind dieselben Polizisten, die heute den Aufstand gemacht haben, die mir mein Handy weggenommen haben. Die uns die Streflingsschilder und T-Shirts verboten haben, die uns Gewalt damit angedroht haben oder uns Gewalt gegeben haben oder entgegengesetzt haben dafür, dass wir die T-Shirts beziehungsweise Niggis und die Schilder getragen haben. Und jetzt ist alles wieder vergessen. Das ist was, wo ich sage, ey, Sauerei, Sauerei. Die sollten sich schämen. Ich nehme an, diese Thematik werdet ihr nochmal behandeln in einem Aufbruch-TV. Es wird wieder Aufbruch-TV. Du hast gesehen, die letzte Aufbruch-Folge, wo wir den Polizisten als Antifaschist deklariert haben, wurde gelöscht. Aufgrund der Polizei wurde dort Druck gemacht. Und das ist schon heftig. Also ich habe jetzt aufbruch-TV den YouTube-Kanal verlinkt. Ja, Aufbruch-TV wird weitergehen. Wir werden eine Folge machen. Die letzte Folge war von hier aus der Halle. Und das kann ich euch allen nur empfehlen zu gucken. Da wird es die News aus Gera gehen. Immer auch die Verbindung zum Freien Sachsen, Freies Thüringen. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr müsst reinarbeiten. Okay. Dann war's das. Ich danke auch. Ciao. So, liebe Leute. Wir... Hab man das gehört oder hatte ich ja den Ton auch aus? Er hatte nämlich gesagt gehabt, also er muss eigentlich weiter und er so, ey komm, scheiß drauf. Jetzt machen wir das. Jetzt machen wir das. Komm, los. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt raus. Wir machen jetzt das scheiß-Interview. Und es hat geklappt. Danke, Christian. Danke, Christian. So, äh, die, sag ich mal, Standardfahrer des heutigen Abends müssen wir uns nicht nochmal gesondert stellen. Da haben wir schon genügend Leute. Auch wenn ich es gerne getan hätte. Ich danke nochmal speziell an die, explizit an die gute Angelika, an den Bernd und an den guten Dominik. Danke. Danke, dass ihr da war. Danke, dass ihr Sebastian... Ah. Okay. Ende ist. Zu aus. Ähm, auch nochmal danke an den Ostsachsen natürlich. Und das war's jetzt wirklich. Das war, ja, alles nur spontan live. Ich wusste, dass ich vor Ort bin und filme. Aber ich wusste nicht, dass ich live gehen wäre. Sehr spontan. Mega geile Sachen heute geschehen. Mega coole Charaktere. Hier im Livestream gehabt. Ich hoffe, ihr feiert das Ganze auch so. Und damit bis... Was haben wir heute? Mittwoch. Bis demnächst. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Datauen. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Die Dream. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs das Bis zum Dabeisein. Danke fürs Dabeisein. Und trotzdem kannst du hier. Alles gut, weil das auch mit einer Sei� refänen liar 말씀드�iert werden. Dabeisein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.